gut erst mal herzlich willkommen hier und auch auf youtube willkommen ich wünsche euch einen wunderschönen guten abend montag war ein kleiner mini stream wo wir noch das event gemacht haben damit ich wenigstens noch die die klamotten abstauben kann alles andere ist ja wahrscheinlich jetzt weg heute nur leider aber wenigstens den skin noch abgegrast und natürlich das event mitgenommen für youtube für twitch für überall gut war ja auch perfekt ein bisschen goldshauser freigeschaltet dann haben wir das auch schon gehabt und naja jetzt geht zeit wahrscheinlich vielleicht mit der geschichte weiter wenn oder wir machen wir machen na wie heißt es guten morgen zera heute guten morgen wir haben es arm schon wieder nur guten morgen ich wollte nur gucken ob hier jemand online ist jetzt habe ich das gezeigt oder in alle weg genau wir fragen einmal kurz nach ob jemand zeit hätte bei freigesellschaft für den raid also ja so wie fragen einmal nach so sollte nicht zu lange dauern dann gehen wir los und machen den ich hätte vorher nachgucken sollen wo das ist noch wo ist denn der riemann raid und wenn jetzt keiner zeit hat dann vielleicht lieber nicht wenn sich niemand meldet dann ist das auch okay weil sie sagten schon mittwoch in der woche ist ein bisschen schlecht am wochenende wäre es vielleicht besser aber naja mal gucken mal gucken wir könnten uns auch am wochenende machen das ja nicht schlug so warten wollte ich jetzt auch hier nicht so okay gut was machen wir denn jetzt haupt quest erstmal schönes noktis outfit na aber wir haben noch ich habe mir dieses silberne outfit ups nein nein da gemacht fand das silberne mit der goldene krone besser als das blaue mit dem weißen sieht doch schon besser paladin like aus oberteil wäre vielleicht noch ein komplett anderes aber das geht auch sind ja jetzt paladin so müssen wir auch so aussehen müssen nicht aber ein cooles abenteuer klemmen wäre auch cool aber jetzt so noktis klemmen sehe ich nicht so dafür sehe ich schon keiner antwortet sich dann machen wir die hauptgeschichte weiter ist ja wir haben ja ihn noch ganz viele sachen ganz viele quests zur patch zu helfen zwar meine ich zum patch ganz viele patch quäste bis zum helfens wort bis zur helfens wort geschichte meine güte heute seid schon okay gut dann lass uns aber mit der hauptgeschichte weitermachen und 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 das andere hätten wir jetzt nur gold zur freigeschalter freigeschaltet das freigeschaltet zum schluss schalten wir noch mal was anderes frei ja er wurde geboren hätte ich gerne allianz könnten wir auch noch machen also die in der allianz redner da gibt es ja auch noch einiges ja egal lasst erstmal die quest weitermachen was haben wir denn hier die wiederaufstehung der prima die kann man auch noch freischalten aber erst mal die quest zu neuen ufern denn lässt uns einfach die quest weitermachen na verzeiht die störung ich wollte nur bescheid sagen dass unser gast von aschgana über sie department gerade angereist ist ach mein viel ja wir haben in letzter zeit so viel besucht dass es mir fast schon über den kopf wächst ist ja schon gut in ordnung tataru ruh dich etwas aus wir kommen hier schon zurecht ja ja wohl mit vielen ja vielen dank du auch der rat schön dich gesehen zu haben du hast die prima unter der kontrolle gebracht und die ultima waffe von der galli hatte stört der bund der morgenröte hat die aufmerksamkeit der leute auf sich gezogen da bleibt die neugierigen natürlich nicht aus die neugierde wollte ich sagen jeden tag stehen abenteurer vor unseren türen die unsere ihre hilfe anbieten seit jener schlacht haben wir eine beachtliche schar von unterstützern bekommen die leute haben uns zwar anerkannt seraphine aber trotzdem bin ich noch völlig ohne noch nicht völlig ohne sorge einige wollen uns für ihre politischen ziele einspannen und das passt mir ganz und gar nicht natürlich sagt dass keiner von ihnen offen heraus aber wenn man ein bisschen hinter der fassade blickt du weißt schon naja diese gesandten von aschgana über sie department war genauso einer er hat uns finanzielle unterstützung angeboten und als gegenleistung sollen wir ihm bei politischen streitigkeiten zur seite stellen und zur seite stehen heißt die politischen gegner des departements zu schweigen zu bringen mit gewalt das ziel unseres bundes ist die rettung ihr seers nicht die verteidigung von einzel interessen naja dass die aber ja auch bewusst wir dürfen uns nicht vereinnahmen lassen seraphine dass wir unterstützung brauchen es war aber nicht auf kosten und unserer unabhängigkeit aber wir stehen schon so tief in der schuld von schallajan und den gelehrten von baldesion die uns all ihren forschungsunterlagen und geräten zur verfügung gestellt haben dass wir auch noch ihre vermögen aufzehren kann so nicht weitergehen ja verzeiht mir die sorge bedrücken mich schon seit geraumer zeit ich will dich nicht noch mehr damit belasten ja womit denn ich frage mich wieder die anderen die lage sehen aber selbst wenn sie ebenso denken ich weiß nicht dann dann sehen die genauso ich weiß nicht dass man die anderen fragen dann fragen wir halt die anderen alfino hallo wie geht's dir bis auch da cool falscher weg ich habe mich verlaufen ich war ja noch nicht so lange nur seit monaten schon aber egal halt ein kriteria stoder in ulda herrscht ein ständiges tauziehen zwischen den wirtschaftlichen und politischen mächtigen natürlich gilt das nicht nur für ulda auch unter den migiten gibt es sicherlich nicht wenige die gerne unsere stärke hätten dann könnten sie ihre heimat nur zurückerobern naja ob es dann tatsächlich so ein kinderspiel wäre wahrscheinlich nicht aber wie auch immer hier muss man eine grenze ziehen du solltest dir klar machen wofür du kämpfst und wenn der bund der morgenröte für die interessen eoseas einstehen soll müssen wir uns fragen welche das eigentlich genau sind ja sollte jeder kannst du dich an das gespräch erinnern dass wir mit merve hatten vor der schlacht gegen teil nicht die kobolde waren es die den pack gebrochen haben sondern wir wir sind immer weiter ins landesinnere vorgedrungen und haben das erdreich ausgebeutet dass den kobolden zustand als sie sich wehrten nahmen wir das als anlass zum gegenschlag ich will keine diskussion über gute böse diese politik vom zaun brechen ich stehe nun mal auf der seite und darf nicht so tun als ob ich zur andere zu den anderen gehören würde aber ich sage wir als der bund der morgenröte sollten für uns eine entscheidung treffen wenn wir so weitermachen tragen wir den widerspruch weiter in uns herum wofür wollen wir eintreten das ist hier die frage ich sag ja frieden mit den zu schließen mit den wilden stemmen damit sie das nicht mehr machen müssen und so weiter und so fort ne also die staatlichen gesellschaften davon zu überzeugen dass sie zusammen mehr können und dass man an die pläne anhält und dass wir nur reingekommen sind weil sie teilten beschwören wollen und natürlich haben sie es dann getan wo wir drin waren aber wir hatten keine andere wahl und denen dann sagen dass das kein kriegsachs war das danach ihnen alles noch weiterhin gehört und wir das nicht zu unserer eigennutz machen wollen und wir damit auch einen friedsvertrag eingehen wollen und handel treiben sie dürfen mit ulda handeln und sowas und mit allen mit limsa mit grüdern ja wenn sie nicht mehr die kristalle benutzen und in ruhe lassen und wenn sie ärger haben die staatsstaaten rufen die die dann auch verteidigen werden weil sie ja auch ein mitglied der gesellschaft sind dafür stärken sie die marktwirtschaft perfekt oder das wäre doch toll wenn wenn situation für alle oder nicht ja also würde ich mir denken so genug geredet wir sollten mal hier weiter gut hast du gesehen wie viel in letzter zeit bei uns los ist lauter hohe tiere geben sich hier quasi die klinke in die hand aber ganz unter uns was sollen wir mit all den super exotischen gast geschenken die meisten kann ich noch nicht mal essen nach jeder eine organisation wie diese unserer zu führen sind regelmäßige einkünfte nötig aber das heißt noch nicht dass wir uns verkaufen dürfen tja der sonnenwind liegt eben zu nah am machtzentrum des sultanats da ist es fast unmöglich die unabhängigkeit zu wahren aber was sollen wir tun ja vielleicht umziehen alles unbekannte flößt uns angst ein deine leistung und die arbeit unseres bundes im allgemeinen wird von einigen so gefürchtet wie sie von anderen bewundert wird das darf dich nicht erschrecken ja es mag wohl weiser sein sich den blick der öffentlichkeit zu entziehen bevor er einem zu durchbohren droht doch wir sind gebunden durch unsere eid das primae problem zu lösen wir können nicht so ohne weiteres verschwinden wenn die stammesgötter immer aufs neue ihr haupt erheben wir müssen uns entscheiden was wir zu uns aller berufung machen und welche mittel wir uns bedienen das ist eine gute frage so wie ich das gesagt habe damit es keine beschwörung mehr gibt und alle weiteren lösen wir noch und papalimus problem wir ziehen von hier weg wir geben das auf kostet bestimmt auch geld und das geld nehmen wir und stecken woanders rein keine ahnung ich sag das so einfach und das geht wahrscheinlich nicht so einfach das war also das war es also was mit viel ja beschäftigte na also um ehrlich zu sein habe ich auch schon länger über unsere zukunft des bundes nachgedacht vielleicht ist es an der zeit offen mit ihr darüber zu reden du solltest auch dabei sein ok was denn kommt jetzt zerafine alfino was gibt es denn minfilia ich habe da einen vorschlag lass uns das hauptquartier an einen anderen ort verliegen mein reden mein reden du willst den sonnenwind verliegen genau wegen weg aus der bucht des armsterns hier sind wir zu nah an ulda verstehst du je länger wir hier bleiben desto mehr werden sich die republikaner in unsere aktivitäten einmischen wenn uns der skorpio kreis vereinnahmen sind wir nicht mehr die herren im eigenen haus und selbst wenn dann haben wir genug mit denen zu tun aber ich denke diese gedanke ist dir auch schon gekommen ist es denn nicht so auch die anderen herren mitglieder des bundes sind deswegen im zwiespalt du weißt doch was die abenteurer die uns unterstützen fordern hm so viele haben mich schon gefragt ob wir nicht mit ulda irgendein verhandeln können dass die bucht des armsterns endlich einen eigenen iteriten bekommt ich habe es bisher immer abgelehnt weil es gesammt weil das gesamte iteriten des tannerlands unter der kontrolle der republikaner steht ich habe es nach kräften vermieden in die schuld irgendeiner partei zu geraten und das soll auch so bleiben ja das weiß ich doch alfino aber wohin sollen wir denn sonst gehen an einen ort der uns die unabhängigkeit verfolgung unserer ziele zum wohl aller eosea gleichermaßen ermöglicht der uns außerhalb direkten einfluss bereichs der drei staatsstaaten besonders ulda positioniert geisterzoll in modona kein ort wäre geeigneter wenn mein mikro kippt hier gleich fast um entschuldigung so mikro auf stehe jetzt ok der vorteil liegt auf der hand die abenteuer gilde hat eine außenstelle dort und das camp wird stetig erweitert um noch mehr abenteuer aufnehmen zu können mit deinem einverständnis kann ich die verhandlungen sofort in die wege leiten außerdem will ich die eoseische allianz auf deinen weg unterstützen den sie eingeschlagen hat bei der etablierung einer gesamt eoseischen organisation zur sicherheit des friedens auch das können wir natürlich umso besser je weiter wir räumlich von der den machtzentren entfernt sind verstehst du ich verstehe ja was du meinst aber ganz plötzlich von ul da weg zu ziehen so einfach ist das nicht und außerdem du bist die anführerin denk darüber nach ich bin sicher du wirst die richtige entscheidung treffen ich weiß der bund der morgenritte war seit dem zeiten des fahrts der zwölf immer in ul da ich verstehe auch dass du viele erinnerungen mit diesem ort verbindest aber bitte lass die nostalgie nicht den ausschlag für deine entscheidungen geben das vermächtnis meines großvaters muss an nicht an diesem ort erfüllt werden ja luis war vermächtnis gib mir noch etwas zeit alfino ja übrigens was ist aus deiner persönlichen angelegenheiten geworden um diese dinge komme ich kümmert sich jetzt jemand der das weit besser kann als ich ich kann mich also ganz auf meine aufgabe hier konzentrieren muss dies perfekt schwarzlicht ring der verteidigung welchen nehmen wir denn mal hier unbeugsam ekelhaft wahrscheinlich besser ne schnelligkeit die treffer hier sind auch direkt treffer ne guck mal der hier ist schon besser ist aber nicht der verteidigung naja egal er hat ja das gleiche warum soll der schlechte sein nur unbeugsam ist weg durch schnelligkeit und man hat mehr direkt treffer als davor ja warum nicht wer braucht schon unbeugsamkeit gut dass man auch andere ringe einsetzen kann jedenfalls die man von der haupt quest kriegt natürlich gibt es auch tank ausrüstung die kein unbeugsamkeit drauf haben aber der haupt quest halt nicht und deswegen nehmen wir den so einfach ist das aber ja so 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 geht das so dann gehen wir gleich weiter ich wollte nur noch einmal kurz testen ob der ton auch da ist ich hab da so ein gefühl wenn der da ist könnt ihr auch schreiben ob der da ist da bräuchte nicht gucken gehen na ist der ton da hallo hallo so alles fertig alles da alles toll alles gut ich dachte nur weil ich sehe auf meinen zweiten bildschirm wieder nicht egal das soll euch nicht zur sache spielen weiter geht's in banger hoffnung gefesselt in gedenken an luis war muss der bund neutralität bewahren doch ich kann nicht so einfach das geht doch nicht da hat der raphine alfino hat mich gebeten dich zu ihm zu schicken er hofft wohl auf deine kompetente hilfe melde dich wenn du zeit hast ja er wird eine zeit lang hier im sonnenwind verweilen ok was die verlegung des sonnenwinds anbelangt so brauche ich noch ein wenig bedenkt zeit der entschluss fällt mir an der alles andere als leicht die zeit in der du für alfino unterwegs bist werde ich dazu nutzen um ganz in der ruhe nachzudenken vielleicht leite ich ja auch schon alles in die wege wer weiß das schon ja gut wer weiß das schon alles gab es denn mal gut ok dann nicht alfino ich glaube minfilia ist sich darüber klar dass der bund der morgenröte nicht in ulda bleiben kann doch sie warten auf die rückkehr von jemanden deshalb zögern sie aus ulda vorzugehen hast du schon einmal von den berühmten sängerin und tänzerin flemmen gehört einst war sie als nachtigall von ulda berühren mit ihrem gesang und ihren tänzen hat sie einfach jeden bezaubert und zahlreiche herzen mit im sturm erobert es gab niemanden der nicht auf anhieb ihrem charme verfiel unser guter tankred gehört zu ihren glühendsten verehrern zu unserer aller entsetzen des flemmen während der siebten katastrophe verschollen wir wissen nicht was ihr zugestoßen ist oder wo sie stecken könnte hm für minfilia ist das besonders schmerzlich flemmen war ihre pflege mutter seit minfilia mir davon erzählt hat habe ich ebenfalls nachforschung angestellt und nun bin ich endlich auf eine erste spur gekommen vater ilud der eng mit dem bund zusammenarbeitet hat mir die information zukommen lassen dass eine mikrofrau an der sonnenküste im östlichen landes seer gesehen worden ist und scheinbar ähnelt sie unsere flemmen falls es uns gelingt flemmen aufzuspüren und zumindest für die klarheit über ihren verbleib zu sorgen wird minfilia zur ruhe kommen dann können wir mit der verlegung des hauptquartiers endlich beginnen konzentrieren wir uns also auf die suche nach jener berühmten nachtigall und am besten setzen wir ohne umschweife beim mächtigsten mann der sonnenküste an meister gigi ruo oder gigi ruo wie auch immer er heißt dann lasst uns mal da schnell hingehen heute ähm meister gigi ruo wir sind ähm in der sonnenküste irgendwo wahrscheinlich ne sonnenküste sonnenküste da mal gucken wieder alles hier dunkel aber sieht schön aus hier also ich meine da oben was da so leuchtet wir waren hier ja schon mal schon ein bisschen öfter und mussten ja auch hier die die köstlichkeiten zusammentragen ja ich vergesse sowas nicht wiskit das müssen die jetzt auch noch machen aber wir sind schon level 50 wir sind jetzt schon huuu unterwegs mitten in eosea angekommen aber es gibt noch so viele addons und patches und sonst was ah meine muse meine heulte linde blüte was ist mit dir geh mir aus der sonne lakai oh du wieder na wenn du es wissen willst meine beste tänzerin hat sich verabschiedet ja so verdattert wie du auch habe ich auch geschaut flemmen suchst du so oder so ne unterbreche mich nicht wenn ich mich beklage oder warte mal nee nein das kann nicht im ernst sein die tänzerin die mir abhanden gekommen ist war doch nicht flemmen die nachtigall von ulda oder haha was ist mir denn da durch die finger geronnen was schmerzt mich dieser grausame verlust aber wenn du eh schon nach ihr suchst dann musst du ihr ausrichten wie sehr sich mein herz nach ihr verzerrt wie sehr ich ihre liebliche stimme vermisse all das und noch viel mehr nach westen wollte sie hat sie gesagt na los hol es mir zurück wir danken dir für deine interessanten einblicke in eure gefühlsleben meister gigeru jo westen also teilen wir uns auf westen westen ist schließlich keine besondere genaue angabe ich nehme mir die docks und die dicht bewachsenen gegenden vor wenn du dich dafür immer im weinhafen umhörst ja vielleicht hörst du dich auch in weinhafen um und ich gehe wo ganz anders hin ok ab zum weinhafen wieder wir müssen jetzt zum glück nur noch überall hin porten weil wir schon alles erkundschaftet haben und natürlich alles in der teleportationsliste jedenfalls in real reborn so ist hier irgendjemand bürglern grüß dich eine tänzerin ich weiß nichts von einer tänzerin oder warte eine wollte hier ja vor ein paar tagen wein bestellen kommt hier rein gerauscht mit ihren penetranten parfümwolke und zerstört mit der zarten bouquet meiner edelsten tropfen da habe ich mademoiselle natürlich sofort zur tür gesetzt meine ich natürlich also ja tut mir leid aber manchmal muss man hart sein ist das fräulein das du suchst versessen auf duftwasser dann solltest du schnell die witterung aufnehmen meine liebe los schnüffel ähm ok guten abend schau mal in dein chat in was für ein schaue ich schaue doch im chat ach so wenn du jetzt noch magst kann ich mitkommen ok jetzt mal einen wunderschönen guten abend cloud in game schwesterchen bestimmt ne ja habe ich schon die letzten paar folgen gesagt Na nie e ich schon ich würde das komplett bis zum ende durch machen aber ja wenn nicht so lange zeit ist dann machen man machen wir das irgendwann anders sehr gut sehr gut dass ihr gut geht und einen tag hat es vielleicht oder wie war dein tag ja heute Vielen Dank. So, anstrengend, ja, meiner, auch anstrengend, aber sehr gut. Hat alles geklappt und auch noch alle Folgen auch noch hochgeladen, zwischendurch und sowas. Und jetzt hier am Stream. Wenn man natürlich den Raid noch komplett durchkriegen würde, wäre auch cool. Da wäre es noch besser, aber muss ja nicht, könnte ja auch zu lange dauern. So, anstrengend. So, Cloud weiß, wo die Quest noch anfängt. So, außen stehen greift, damit man da schnell hinkommt. Danke für den Follow und ja, es funktioniert wenigstens. Yay! Ist noch nicht besonders originell, aber es funktioniert wenigstens jetzt. So wie die letzten Male. Was? Okay, einen wunderschönen Abend wünsche ich dann noch zu. Macht ja nichts, ich gucke gleich nach, wo die Quest anfängt. Leute sehen einfach toll aus, toller Skin hätte ich auch gern. Also habe ich, aber ich muss, ne, hier mit dem Charakter halt nicht. Um, num, 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 num. Hallo. so da machen wir jetzt den bar moderat komplett einmal durch wenn ich rausgefunden habe wo der starten tut ich muss da kurz einmal in mordona ich gehe auf jeden fall mal gucken aber ich gehe gleich mal schauen so wir mir ganz viele quästen das erbe der alaga das heldenlied ich glaube ich google lieber kurz mal schnell nicht dass wir uns dusselig und dämlich suchen so ich gucke schnell nein ich wollte nichts akzeptieren egal ein neuer prima ist die startquest götterdämmerung titan abgeschlossen echt wo startete den westlichen tanalan sonnenwind im sonnenwind sollte da waren wir gerade die wieder auferstehung der prima ehe nach camp präventiv schlag die legende vom finsterweiden was haben wir noch die todes boten wieder weg der erinnerungen der legendäre war waffen schmied wir müssen das noch mal kurz machen ich bei mich aber teilen und sowas haben wir alles schon gesehen machen wir auch so dings mache ich sofort cool dass mir geholfen wird damit wir das hier angehen können perfekt dann bis dann müssen wir das jetzt machen bis teilen eine die wiederaufberstehung der prima ehe ja dann müssen wir das machen schnell hat daraufhin das tut mir leid ich nach dem harten kampf gleich wieder mit einer bitte zu überfallen aber wir haben ein schlechte neuigkeiten die prima ehe ja wir sind nicht die einzigen die über die zerstörung der ultima waffe erleichtert sind dass diese bedrohung beseitigt ist hat unerwünschte nebenwirkungen die wilden stämme haben mut geschöpft und begonnen ihre prima ehe neu erneut zu beschwören ja wir haben berichte von aktivitäten damals ja und der xai der kobolde alle drei haben wieder mit beschwörung begonnen sie haben dir wohl übel genommen dass du ihre prima ehe besiegt hast daraufhin ist da und sind sie nicht zurück sie sind auch noch viel stärker als jemals zuvor diesmal haben die stämme ihr gottheiten eine unmengen von kristallen dargebracht ja das wird kein zucker schlecken nicht mal für dich zera ifrit garuda taten werden wieder erscheinen zera eine wahre götterdämmerung ja als ich als sie gesehen haben wie die ultimate waffe ihre prima ehe wie nichts aufsaugte haben wohl auch die wilden stämme ihre vorbereitung getroffen und kristallenergie zusammengerafft für ihre rache die staatlichen gesellschaften sind eiligst dabei einen weg zu finden der gefahr zu begegnen aber sie trifft uns zu plötzlich und jeder der weiß dass sich alle augen wie wieder hinter dass sich alle augen wieder intern problemen zu wenden sobald die gefahr von außen weg fällt nur sind die truppen noch nicht bereit diese bedrohung gegenüber zu treten die allianz hat alle kräfte für den schlag gegen das kaiserreich aufgebraucht und muss sich erstmal neu formieren eine schwierige situation und in dieser fahlen lage fiel dein arme zera das beben und die ätherwellen die wir kürzlich im modona gemessen haben scheinen nicht direkt mit dem prima mit den drei prima zusammen zu hängen trotzdem habe ich das gefühl dass das alles kein zufall ist zunächst müssen wir uns aber der konkreten gefahr zu wenden ich hatte gehofft dass ich nicht mehr sagen müssen aber seraphine star eu sehr schicksal liegt erneut in deinen händen nach allem was du vollbracht hast könnte niemand besseres als du diese enorme herausforderung begegnen ich wusste dass du uns nicht im stich lässt ich danke dir tausend mal tankred ja ja es ist so viel vorgefallen dass ich noch gar keine gelegenheit hatte dir zu danken nun möchte ich das nachholen in anwesenheit aller seraphine ich danke dir vom all ganzen herzen du weißt nicht was es für mich bedeutet nach all den schwierigkeiten die ich verursacht habe noch in eurer mitte stehen zu dürfen als freund und mitstreiter es ist gut möglich dass ich mich insgeheim danach sehnte mehr macht zu erlangen als mir als sterblichen zustand das machte mich wohl anfälliger für die macht des dunklen kristalls und dass meine forschungen über die asianz so unverdient ergebnisreich verliefen war wohl ein teil des platz der aschens selbst doch so etwas wird sich niemals wieder wiederholen ja ich bin mir der gefahr bewusst werde wachsam sein ein zweites mal gehe ich ihnen nicht in die falle wohl niemand von uns denke ich dank eurer fürsorglichen pflege bin ich auch körperlich beinahe wieder gestellt ich bin entschlossen dem bund der morgenröte alle kraft zu widmen die ich besitze nun umso mehr um wieder gut zu machen was ich euch an ungemach bereitet habe was für ein freudiger anblick der bund der morgenröte ist wieder vereint und voller hoffnung humor wollte ich sagen aber das wäre falsch und unangebracht nun zurück zu dem prima problem alles auf einmal lösen zu wollen ist ein ding der unmöglichkeit lasst uns schritt für schritt angehen ja über die einzelnen der aktivitäten der wilden stemme wird sich orientieren kenntnis setzen ja dann mal auf zu ihnen hip-hop ich bei mich damit wir noch ganz viel zeit haben für bar mut und denen auch durchmachen können heute dann haben wir das nächste mal nur noch die hauptgeschichte und allianz welt aber das geht ja alles über den randomizer würde ich gerade sagen über die gruppensuche so so rum wollte ich das mal sagen die fakten die bislang zu meiner erkenntnis kamen betreffen die beschwörung von ifrit gar oder und halten ja alle drei jedes lebewesen strebt nach macht und nimmt dabei nur allzu oft den leichtesten weg des dunkeln und des bösen nicht nur die wilden stämme jeder und vielleicht auch du und ich die finsternis jedoch die uns jetzt droht nimmt ihren anbegehen nicht in uns selbst sondern beim gott der flammengluten ifrit es ist sogar wahrscheinlich dass er bereits beschworen wurde schnell zu sein ist nun der einzige weg der uns erfolg verspricht im wettstreit mit dieser bestie der höll das ist alles was ich dir sagen wollte die nun zu tankred um dich mit ihm über das konkrete vorgehen gegen ifrit zu beraten man kriegt einfach keine vergütung alles klar das ist die legende vom finsterwald das wollen wir nicht tankred wir haben gerade nachricht von der legion erhalten die amager haben ihr wird bereits beschworen es ist wie orange schon sagte ich würde dich nur zu gern begleiten das kannst du mir glauben aber diesmal kann ich dir nur mit informationen die nicht mit meiner waffe bei den sie uns gelehrten haben mich gebeten derartige kämpfe erst fern zu bleiben sie scheinen zu vermuten dass ich nach der besessenheit durch labria auch anfällig für die beeinflussung durch prima e sein könnte dabei fühle ich mich ihr fritz beeinflussung durchaus gewachsen aber ich könnte verstehen wenn euch das risiko lieber vermeiden zu wollen ist nun aber zu den fakten die legion hat schon einiges über den neu beschworenen ifrit herausgefunden aber das solltest du am besten direkt vom zuständigen hören sprich vom mit phoenix hauptmann zwölf im hauptquartier der legion wie mit viel er sagt sie ifrit ist diesmal ungleich stärker versammel ein paar verlässliche kameraden und unterschätze seine kräfte nicht so muss ich denn jetzt noch hin und her porten hätten die nicht einfach sagen können so jetzt geht er rein und jetzt geht er rein und jetzt geht er rein und jetzt mal gucken schnell sprinten warum denn das aber ich hatte ja am montag auch keine zeit das zu machen wir waren ja auch schon beschäftigt oh man die helde vom bunter morgenröte wir müssen deine hilfe in anspruch nehmen wie dem bund bereits mitgeteilt haben die einmal jahr ihren ifrit wieder beschworen es besteht kein zweifel du solltest die prima besiegen das ist alles der zugang liegt im inneren des einmal jahr lager sarara du musst dort hinein und den ätheriten benutzen ja den ätheriten es scheint als ob die echsen die überrasse von zerfallenden ätheriten aufgesammelt und ihren eigenen privaten äther portal gebaut haben das werden wir benutzen aber bitte nimm dich ein acht jahr und das meine ich genau so wie ich jetzt sage ich fried ist so stark wie nie zuvor das wird kein spaziergang nimmt verlässliche kameraden mit wenn ihr zu acht zeit habt ihr eine bessere chance besiegt diese höllenechse und bringt oder den hart errungenen frieden zurück möge die götter mit euch sein das sind jetzt auch das erste mal die richtigen die prima kämpfe weil man immer zu acht ist normalerweise sonst am anfang um die kennenzulernen war man ja zu viert und das waren einfache kämpfen die zu 18 genauso einfach für die zu viert nur braucht man halt eine gruppe und es geht ein bisschen länger aber mehr ist da nicht danach gibt es dennoch ex prima es aber für die allen für alle die danach kommen die prima die dann neu kommen die da gibt es nur zwei schwierigkeit stufen einmal leicht und einmal schwer hier gibt es ja leicht für die story also sehr leicht für die story leicht und dann das schwere zum glück können wir fliegen damit wir überall hin können stellt mal vor wir könnten nicht fliegen dann noch hin zu laden also muss man ja damals aber jetzt einfach über die ameljar hinweg fliegen bin ich auch froh es dauert eh schon viel viel zu lange hier danach kommt ja noch der raid ich beeile mich schon ganz schnell und wieso habe ich wieso ist jetzt hier ein feld das können wir nicht gebrauchen und papi bier ist hier darf ich absteigen nein doch so durfte ich da nicht absteigen ihn abschließen so schnell anmelden und dann kommen die anderen wahrscheinlich götterdämmerung ifrit wir müssen keine beschränkungen ein machen glaube ich ich glaube das war im sind ja perfekt gotterdämmerung ifrit gotterdämmerung ifrit gotterdämmerung ifrit res und gotterdämmerung ifrit gotterdämmerung ifrit gotterdämmerung regnet gänsehaut hoffentlich ex hauptsache er explodiert Okay, das war Unsinn. Das war sehr, sehr viel Schaden. Das ist schon fertig. Lasst euch umflackern von meinem Inferno. Überlasst euch den Katar. Wenn man ein High-Level mit hat, dann geht das halt schneller. So, da sind wir hier fertig. Ich hatte vergessen, dass man noch alle Prima-E machen muss, damit man die Quest freischaltet. Deswegen. Und man muss immer, wenn man den Prima-E geholt hat, muss man den Eimer besiegen, damit die andere Quest bei Tancred auftaucht. Oder bei Orion G. Werden wir ja gleich sehen, wo das ist. Ich glaube nämlich, so war das. Und so muss das auch gewesen sein. Den Kampf haben wir ja schon gesehen in der Hauptstory. Deswegen habe ich das mal jetzt übersprungen. Also überspringen wir das. Die Kämpfe im Raid überspringen wir auch. Aber die Story ist halt wichtig. Und ab Heavensward gibt es dann Raids, die normal sind und Schwierigkeitsgrad schwer haben. Also da gibt es dann für einen Story-Modus, was halt gut ist. Papa Lümmo vielleicht? Ah, Götterin der... Papa Lümmo hat das jetzt. Terafine, du hast Yfri tatsächlich wieder besiegt. Und das in einer starkeren Form. Du bist wirklich die Kriegerin des Lichts. Es wäre schön, wenn wir uns jetzt entspannen könnten. Aber du weißt sicherlich, dass es noch nicht vorbei ist. Garuda wurde ebenfalls wieder beschworen. Du weißt ja, wie aggressiv und bösartig Garuda damals war. Nun, jetzt ist sie noch viel schlimmer. Du musst sofort aufbrechen, um sie aufzuhalten. Ida und ich werden die Bruderschaft unterstützen. Garuda wüten, hat in der Umgebung einige Zerstörungen angerichtet. Und wir werden den Opfer helfen, ja? Die Bruderschaft hat bei ihr nach Forschungen einen neuen Ätheriten gefunden. Letztes Mal bist du mit der Enterprise ins Tausende-Auge geflogen. Diesmal hat sich uns ein bequemerer Weg eröffnet. Wenn man das so sagen darf, benutze den Ätheriten, um zur Windgöttin zu gelangen, ja? Alles weitere kannst du dir von Vorseil im Abatom der Bruderschaft in Gridania abholen. Garuda ist um ein Vielfaches stärker als zuvor. Aber ich weiß, du wirst es schaffen. Du musst nur fest an dich glauben, ja? Jetzt geht's zack, zack und dann geht's ab. So, äh, andere Seite. Nicht, dass ich mich noch verlaufe. Schnell! Ich will den Ride abschließen, diese tolle Story mitnehmen. Und dann. Samstag. In der Hauptgeschichte weitermachen. Bis zur Heaven's War. Wahrscheinlich schaffen wir das nicht, aber Mittwoch dann. Oh, du bist es. Du hast dein, äh, bei dem Problem mit Ramu gute Arbeit geleistet, aber diesmal ist es nicht mit diplomatischen Verhandlungen getan. Die Ixai haben Garuda wieder beschworen, das weißt du ja schon. Und ihr Wüten hat schon Opfer gefordert. Nur du kannst die Ixai-Göttin besiegen, auch wenn sie diesmal viel, viel stärker als zuvor ist. Du hast bereits einmal gegenüber gestanden und weißt, was du zu erwarten hast. Ja, das tosende Auge ist über einen primitiven Ätheriten erreichbar, den wir in den Ixai-Lager Nathalan im zentralen Hochland von Kuertas lokalisiert haben. Die Leute dieser Gegend haben ein Äther-Portal gefunden und uns davon Mitteilungen gemacht. Es ist auch dein Verdienst, dass nun alle zusammenarbeiten, wenn Eusea von neuen Problemen bedroht wird. Und die scheinen niemals aufzuhören. Du jedenfalls hast die Kraft, eines dieser Probleme zu beseitigen. Geh und unterwürf Garuda aufs Neue. Du bist die Einzige, die das jetzt kann. Tschüüüü. Ja, dann werden wir dahin und fliegen und schnell sein und super schnell sein. Auf geht's. Badaadaa. Hündchen kann wahrscheinlich auch fliegen. So. Auf geht's. Ich glaube, hier unten rechts war es, ne? Ja, ja, ja. Dass man jetzt, dass sie das eingepflegt haben, dass man, ach ne, wir machen ja den Raid, das ist ja nicht die Hauptgeschichte. Ja, aber ich hätte ja gerne alles Freischaltbare mit drin. Ab Heavensward kann man das ja sowieso random machen oder ihr kommt mit, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Wäre auch toll, kann jeder mitmachen. Ist jetzt nicht so, ich mach da gerne so Gruppen auf. Dann können wir das alles zusammen genießen. Aber nun ist ja nicht immer jeder da, deswegen. Wir sind ja noch nicht so riesig, wo dann immer irgendwer jeden Tag da ist. Kann man ja auch verstehen, jeder hat was zu tun. Und ich hab ja auch was zu tun immer. Also, ja, Garuda. Wir sind noch, ja, wir sind noch unsink. Danach kommt schon wahrscheinlich Titan und dann war es das. Aber, also, ja, wir sind noch nicht so, ich kann jetzt noch nicht so, ich will es. Also, jetzt ist es zu, ich bin glücklich. Aber, also, ich kann ja auch nicht so, ich kann jetzt nicht so, ich bin glücklich. Hey, wer ist noch mal. Und wenn ich mich? Ich bin glücklich. Weil, also, ich bin glücklich. Aber, also, ich bin glücklich. wie sie aussieht bedrohlich oh mein gott meine ohren cool das echt sieht cool aus und sie lacht auch noch oder smile so dann war das jetzt auch gegessen ja wie schnell sie das weghaut einfach wenn ihr das auch nachguckt auf youtube ganz viel liebe für schere da lassen wegen ihr können wir das heute machen wurde uns weg gewürfelt nee 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 brauche ich ja auch nicht ist es super super gut so jeder würfelt wer was braucht was wollte ich jetzt wir wollten wir zurück und die nächsten abholen nie ist da hoffentlich hoffentlich ich hoffe dass ich mal die tage so richtig freilauf habe dass ich die ganzen streams haben bearbeiten kann und auch den letzten rest noch hochladen kann damit sich das alles freischalten kann und dann kann ich die auch alle die sammels benutzen für twitch den saal der morgenröte betreten natürlich und ich muss ja noch feindfenster 14 playlists bei twitch machen glaube ich oh nein hier bin ich falsch gelaufen wieso laufe ich denn immer falsch tera wieder blind kopf über die hände zu schlagen ja hände über den kopf den kopf über die hände zu schlagen ja versuch das mal nein versuch das nicht bloß nicht jetzt ist hier stola ja titan terafine ich wünschte ich könnte dir sagen dass titan ein für alle mal besiegt ist aber anscheinend scheint als würde er tatsächlich wieder beschworen werden der gott der kobold ist wieder da und wir müssen darauf gefasst sein dass er noch viel stärker ist als beim letzten mal als du ihn besiegt hast seltsamerweise sah es kurz danach aus als hätten die kobolde nicht die mittel oder absicht titan erneut zu beschwören aber meine weiteren messungen haben gezeigt dass das ein irrtum war die kobolde haben uns geschickt und getäuscht im verborgenen haben sie eine riesenmenge an kristallen gehortet wir hätten es wissen müssen denn durch die minen haben sie zugriff auf große mengen von kristallen und auch ein ideales weiterverzweigtes versteck in das wir keinen einblick haben bisher nahmen wir an dass garuda die furchtbarste gegnerin sei aber wenn meine berechnung auf dieser grundlage der gemessenen jeder ströme stimmen wird der kampf gegen titan sogar noch härter als der gegen sie und gegen ifrit du weißt ja wodurch sich die kraft eines prima eben bestimmt aus der menge kristall die ihm dargebracht werden und aus der fanatischen hingabe seiner anhänger letzteres ist schwer zu messen aber ich werde trotzdem versuchen zu berechnen worauf du dich gefasst machen musst verzeih mir übrigens dass ich es alles gegeben als gegeben nehme dass du dich nach dem kampf stellen wirst wir haben auch bereits ein bit schreiben des malstroms erhalten dass du die angelegenheit übernimmst leider wird es diesmal nicht so einfach zutritt zu teil titan zeitlichtum zu erhalten der etarit den du das letzte mal benutzt hast wurde in der zwischenzeit zerstört aber dafür hat der malstrom einen anderen weg gefunden am besten sprichst du mal mit großsturm kapitän leutnant rachak riki im flottenkommando ja es ist wahrscheinlich nicht nötig dich darauf hinzuweisen aber titan ist unvergleichlich stark geworden bereite dich wirklich gewissenhaft darauf vor na anders geht das nicht okay ab nach limsa luminsa und dann und dann fängt auch schon wahrscheinlich der raid an es wird cool ein bisschen verzögerung aber wir sind der geht ja schnell der raid ich bin auch schnell im lesen heute für meine verhältnisse ja ich weiß was hier wieder auf youtube und hier die lürken gerade denken ah stumm maria dritter dritte klasse star wie gut dass du unsere bitte gefolgt bist wir müssen titan besiegen ich bin sicher du wurdest schon mehrfach darauf hingewiesen aber der gott der kobolde ist weitaus stärker als er damals war nimm den kampf nicht so auf die leite schulter ja wir hätten nie gedacht dass die kobolde in dieser kurzen zeit eine solche solche riesige menge an kristallen auftreiben könnte aber das ist eben der instinkt dieser tunnel gräber nehme ich an na du hast den prima ist schon einmal besiegt und du wirst ihn auch wieder besiegen unsere späher haben einen ätheriten gefunden der dich in den nabel bringt er liegt mitten in den ugo gar uga mar um ihn du wirst dich also dorthin durch die reihen der kobolde schlagen müssen um dorthin zu gelangen sorgt dafür dass teilten keinen schaden mehr anrichten kann ja lassen wir ihn stärker werden ist es nur in frage der zeit bis er und seine kobolde auch die siedlung angreifen ja auf geht's sie sollen ja nicht die siedlung angreifen oder sonst irgendwas ich bin falsch geflogen es tut mir leid da müssen wir hin aber ich bin nur kurz falsch geflogen das sieht ja aber aus jetzt ne giftig und gelb will ich hier rein hat bestimmt so einen ekligen eierschwefelgeruch oder stell mal vor ihr wärt hier ich glaube ich will ich wüsste nicht ob ne ich weiß nicht was schlimmer wäre hier zu sein ach so die tür ist kaputt wir müssen einmal um zu naja gut dass wir fliegen können jetzt seht ihr auch was ich meinte mit der mine in fine fantasy 7 und dann auch hier also natürlich wenn ihr die youtube videos guckt so hier sind auch rohre und sowas und das sieht genauso aus das meine ich damit mit gotterdämmerung titan abschließen und da rein gehen titan wo du großer klotz jetzt geht es dir an den kragen und dann ist gleich der raid freigeschaltet noch einmal das epische angucken es ist ein bisschen anders oder als ganze am anfang in der haupt geschichte gut gut bei titan jetzt nicht so bei den anderen ein bisschen aber ich glaube auf zenith also noch ein schwierigkeitsgrad höher müsste man das nicht mal angucken aber bei ihnen ging das ja ruckzuck jetzt er hat einmal einmal ein klötzchen geformt und dann aber er dauert glaube ich am längst er springt wieder hallo so viel leben habe ich nicht er springt nochmal mein leben aua ja das sollten wir glaube ich schaffen gleich zerre tot geh nochmal weg und haue mich nochmal ich habe noch nichts zum heilen außer elixier schere verhaltlichkeit danke aber ich glaube jetzt auch so geschafft oder ich meine du ziehst ja auch akku so das war es dann mit äh Gier Bedarf und dann weiter auf sie mit gebrüll gebrüll heike da einen wunderschönen guten abend wünsche ich wo wollte ich jetzt ach so ich wollte wieder schnell zurück schere fahrt heute nicht so viel zeit danke schön auch von dir danke 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 jetzt schnell hier los heute ähm den den arilem reborn raid fertig kriegen hoffentlich wäre toll montag hatte ich ja noch so einen kleinen mini 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 stream damit das aufgezeichnet ist dass ähm dass man das noctis event noch gemacht hat und den geholzer freigeschalten mhm und war der tag heute bei dir auch hübsch toll entspannt hoffentlich ich bin schon wieder falsch gelaufen ne ach zera warum denn wir haben keine zeit und ich laufe schon wieder falsch also ich habe zeit meine ich aber ne wo wird denn das die legende zum finsterwald ich habe teilten jetzt besiegt es steht geschrieben da wo startete noch mal die quest von verschlungene schatten eins also auf der internetseite steht du brauchst die voraussetzung götterdämmerung teilen haben wir warte mal haben wir doch oder ja wollte schon sagen und dann westliches tanalan sonnenwind ja okay vielleicht draußen vielleicht auch draußen jetzt bin ich hier einfach rein gerannt so bin quasi gerade erst heim gekommen anstrengender tag dienst und morgen wieder oh nein dann wünsche ich dir aber einen erholsamen feierabend jetzt und hoffentlich ist der tag morgen er wird ja wahrscheinlich stressig aber ein bisschen erholsamer als heute vor allen dingen dann am abend wenn man die füße hochlegen kann so ein neuer prima e da hä ich war doch eben drin oder nicht ein sturm zieht auf die legende vom finsterwald ein neuer prima e ist da drin habe ich den grad nicht gesehen wieder rein heim heim den hast du ja auch noch nichts gegessen dann musst du aber was essen oder unterwegs oder auf der arbeit kann ja auch sein tipp 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 sollen. Gut, ich minimiere das mal wieder, aber ich lasse noch. Zersprengt der siebte Mond, die Sonne strebt erneut empor. Zum siebten Lauf, die siebte Ära des Lichts ist angebrochen und doch sind unsere Sorgen keineswegs verschwunden. Wir hatten gehofft, dass es nicht geschehen würde und doch scheint die Prophezeiung einzutreten. Ein Prima hat sich geregt. Wir dachten allerdings nicht, dass uns abseits von dem bekannten Prima-E Gefahr drohen würde. Die Dreieheit der Prima-E, die du besiegt hast, ist gemäß den Gesetzen des Kosmos wieder in ihre Äther zurückgeführt worden. Doch schon erbebt die Erde wie ein Omen einer neuen Gefahr. Viele von uns sind in den vergangenen Kämpfen in die Ätherwelt eingegangen und der geschundene Kontinent erlaubt uns noch immer an nicht unsere Kräfte wie ehemalig zu konzentrieren. Das Wüten der wilden Stämme hinterließ ihre Spuren und die Spannungen sind groß. Und dazu droht nun noch eine neue Gefahr, ein weiterer Prima-E, über dessen Natur uns noch kaum etwas bekannt ist. Nur einer kann dieser Bedrohung entgegentreten, die Heldin Eoseas. Deine Stärke wird erneut auf die Probe gestellt. Wir alle arbeiten daran, die Bedrohungen besser zu verstehen. Vor allem eine Person, die mit dem Bund der Morgenröte sehr nahe steht, ist in dieser Nachforschung engagiert. Du solltest sie in Weinhafen treffen. Sie hat extra um deine Hilfe gebeten. Und wieder zurück nach Weinhafen. Zack, zack, zack. Ja. Danach bleibt uns ja nur noch die Allianz-Quests. Und die Allianzen. Und die ganze Hauptgeschichte, die nach Realme Reborn kommt. Also in Realme Reborn. Und dann sind wir in Heavensward angekommen. Cool. Das freut mich aber, dich wieder zu sehen. Du erinnerst dich doch. Auf der Feier haben wir zuletzt gesprochen, ja? Achso. Ist ja nicht Alfino. Von deinen Großtaten hat mir Alfino schon berichtet. Die Ultima-Waffe hast du zerstört, den Galilischen Wolf besiegt und Tankred gerettet. Es ist kaum zu glauben, was du alles alleine getan hast. Deswegen habe ich Orangie gebeten, dich zu mir zu schicken. Kurz gesagt brauche ich deine Hilfe, um einen bestimmten Ort in Katastrophozidenz zu untersuchen. Vielleicht weißt du das nicht, aber vor fünf Jahren beim Einschlag Dalamuth, der siebten Katastrophe über uns brachte, wurde die Erdplatte stark verschoben. Dort, wo jetzt der galilische Stützpunkt steht, entstand ein riesiger Hohlraum. Legatus Gaius von Belsa hat das Kastrum gerade aus diesem Grund dort errichtet und einen seiner fähigsten Feldherren Ritatin zur Verteidigung aufgestellt, um die Höhle zu erforschen. Ozidenz war also gar nicht als Stützpunkt für die Eroberung Euseas gedacht. Gerade als du mit der erneuten Unterwerfung der Prima-Ebel beschäftigt warst, haben wir hier mehrere Äther-Eruptionen beobachtet. In Katastrophozidenz war plötzlich alles in größter Unruhe. Dass gerade hier an den Namen des Einschlags von Dalamuth mit solcher Ausbrüchen geschehen, ist vielleicht kein Zufall. Womöglich wurde durch den Aufprall ein neuer Prima-E aus dem Schlaf geweckt. Großvater, der den ihr den weisen Dueswan nennt, hat vor fünf Jahren versucht, die Kraft der Zwölf zu kanalisieren, um den Absturz des Mondes auf die Kartenorheide aufzuhalten. Als aus Dalamuth der Prima-Ebel hervorbrachte, setzte er alle seine Kraft ein, um den riesigen Gott zu bannen. Doch dabei verschwand er in einem gleißenden Licht, zusammen mit dem schrecklichen Bahamut. Ich muss die Wahrheit wissen, wo mein Vater ist, was bei dem Unglück wirklich geschah. Das ist meine Art, Eosea zu helfen, ja? Wir müssen in die Höhle unter Kastrom-Ozidenz einsteigen. Du musst mir dabei helfen, dort unten in die Tiefe werden wir den Rätsel der siebten Katastrophe auf die Spur kommen, ja? Aber ich muss es mit eigenen Augen sehen. Eher kann ich nicht ruhen. Ich bitte dich, hilf mir, wer sonst könnte es tun, wenn nicht du. Ich habe geschworen, dieses Geheimnis zu lüften und du kannst auch noch nicht ruhig schlafen, ohne es herauszufinden. Wirst du mir denn helfen? War das eine Drohung? Ich danke dir, du bist eben eine richtige Abenteurerin, ja? Denn lass uns gleich mit den Vorbereitungen beginnen. Wir müssen in Kastrom-Ozidenz eindringen und den Eingang zu der Untersuchungsstätte finden, sofort. Wenn du den Zugang zur Höhle sichern konntest, kannst du ja bitte Jay Broker hier in Weinhafen Bescheid sagen, ja? Du hast bereits Gaius von Balsam besiegt. Ich weiß, dass du nun auch Kastrom-Ozidenz einnehmen kannst. Also los. Wie einnehmen? Ich sollte doch nur die Höhle besuchen. Jetzt soll ich das einnehmen? Klar. Kurz mal einnehmen. Ali See will in die Höhle. Entweder lasst uns durch oder ich nehme das Kastrom ein. Gut, ihr hattet eure zwei Sekunden. Ich nehme es jetzt ein. Alleine. Vorher brauchten wir eine ganze Allianz. Jetzt alleine. Lala. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Lass mich durch. Please. So, fertig. Einmal durch hier. Zack. Genau, gesichert. Und jetzt wieder zum Weinhafen und Bescheid sagen. Okay, gut. Ich habe es eingenommen. Eigentlich habe ich nur zwei umgehauen. Aber okay. Wir wollen nicht kleinlich sein. Ich habe einen sicheren Weg geschafft, aber ich habe es nicht eingenommen, ja? Ah, Terafin ist da. Bist du schon aus dem Kastrom zurück oder brichst du gerade auf? Oh, tut mir leid. Ali See hat mir beschrieben, wie du aussiehst und deine Mission natürlich auch. Du hast den Zugang zur Untersuchungsstätte also gefunden, ja? Dann erkläre ich dir die nächsten Schritte. Ali See ist schon bereit zum Aufbruch. Sag mir Bescheid, wenn es losgehen kann. Dann begleite ich euch beide zur unterirdischen Höhle. Die Höhle, in der die Galia ihre Untersuchungsstätte eingerichtet haben, ist für uns völlig unbekanntes Gelände. Es könnte sehr gefährlich sein. Auch in Anbetracht der unversehbaren Eta-Ausbrüche, versammle einige beherzte Kameraden um dich. Sonst könnte die Sache echt schlecht für dich ausgehen. Habe ich einen Kameraden. Eine Kameradin. Die hilft mir heute, was sehr, sehr nett ist. Muss ich alle gehen oder einfach nur fünf? Wir gehen einfach mal alle. Vielleicht muss ich nur fünf machen. Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach alle mal durch. Dann habe ich es auch aufgenommen. Und gut. Ich meine, die Kämpfe werden jetzt nicht lange dauern oder sowas. Aber es sieht schon mal toll aus hier. Dann versteht man das wahrscheinlich auch eher. Oder ich hätte... Ich habe keine Querzum annehmen, oder? Bam, 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 bam. Ach nee, gar nicht wahr. Man musste doch zuerst eins machen, um dann in das nächste reinzukommen, oder? Auch wenn man sie freigeschaltet hat. Man konnte sich nicht anmelden. Stimmt. Das ist also das Innere der Höhle. Welch riesige Wunder der Einschlag hinterlassen hat. Ach ja, und Geschichte gibt es ja auch. Wir sind also richtig. Ein Reich aus Kristall. Die Luft ist so schwer vom Äther, dass ich kaum atmen kann. Sag, hast du schon mal denoturierte Kristalle wie diese hier gesehen? Ja, ich habe die abgebaut, aber nicht so große. Diese Formationen sind der Beleg für die riesige Menge an Äther, die damals beim Einschlag von Dalamut aufgepeitscht wurde. Der Tiefe entrissen. Und das ist die Ursache dieser glitzernden Welt. Ein Fragment des Nebenmondes Dalamut. Dalamut war ein riesiges, metallenes Gefängnis, das die Allager konstruierten, um den Brei Prima Eberhamut in Fesseln zu schlagen. Und in eine Umlaufbahn, um den Planeten zu katapultieren. Vielleicht sind die denoturierten Kristalle die Manifestationsschreie der Planeten, die von den Trümmern Dalamuts durchbohrt wurden. Auch nach der Wiedergeburt Eoseas. Oh, diese Musik, ne? Oh, cool. Ich mag die Musik. Party! Unglaublich, Dalamuts Abwehrsystem ist immer noch aktiv. Und dass nachher seine Schöpfer schon vor Jahrtausend Jahren untergegangen sind. Das also wollten die Galia sich hier zu eigen machen. Die Überreste der unübertroffenen allergischen Technologie. Aber nun haben wir dich. Wir sind dabei zu Zeugen, uralter Geheimnisse zu werden, die für so lange Zeit verschüttet waren. Oder vielmehr verborgen. Hoch oben in einen Himmelskörper. Ab hier wird es sehr gefährlich werden, aber wir dürfen nicht zögern. Hier wird sich das Rätsel der siebten Katastrophe aufklären. Ich weiß das ganz bestimmt. Auf geht's, Herr. Ja, ich bin gehypt. Die Musik. Ja. Auf geht's. Wird wahrscheinlich lange überleben. Okay, pulverisieren. Da, 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 da. Bin gespannt, ob Barmuth auch so einfach wird. Ich meine, da musste man richtig stehen, oder? Ich weiß es nicht. Bin gespannt. Aber nochmal alles erleben, das ist so toll. Ich weiß hier gar nichts mehr. Außer natürlich Barmuth. fallen. Sind das Flügel? Wie unglaublich groß! Schwingen, die den Himmel zu verdunkeln mögen, die Flügel Bahamut des furchtbaren Primae der Eusea vor fünf Jahren in Schutt und Asche gelegt hat. In Kartenor hat mein Großvater versucht, den Gott, der so lange im Inneren dieses Mondes gefesselt war, mit der Kraft der Zwölf aufs Neue zu bannen. Doch er konnte der unermesslichen Kraft des Primaes nicht standhalten und das magische Siegel brach, bevor er sich schließen konnte. Großvater verschwand in einem blendenden, hellenden Licht und wurde nie wieder gesehen, genauso wie Bahamut bis zum Augenblick. Aber wenn Bahamut ein Primae ist, wie es die Legende behauptet, so sollte doch sein Körper nicht erhalten bleiben, oder? Er müsste in den Iterfluss zurückkehren, wie jegliche Leben das vergehen, oder hat Großvater ihn gar nicht besiegt? Hm, wir müssen weitergehen, wenn wir die Wahrheit wissen wollen. Ich muss erfahren, was mir Großvater nicht zu mitteilen vermochte. Mitzuteilen vermochte. So. Wer hat uns da beobachtet? Dum, dum, dum. Ich liebe die Musik. Tschüssiik. Tscherefa hat bestimmt schon alles... Die weiß bestimmt gar nicht, dass ich da stand und eine Katzin hatte. Hä? Ist doch schon alles platt. Wenn ich den Weg hier durchfinde. Also sie... Hier müssen eigentlich Mobs stehen. Seht ihr nur nicht. Und das ist der Boss. Der erste Raid-Boss. Also hier muss man sich den Weg freikämpfen bis dahinten hin. Da kommt der Raid-Boss und dann sind wir hier durch wahrscheinlich. Kommt noch gleich ein bisschen Geschichte. Ah, ich rase hier durch. Wenn ich den Weg finde. Zum Glück gibt es eine Karte. So werde ich verloren. Aber richtig. So. Das alles nochmal selber erkunden. Das kann ich ja eh später. Nochmal privat machen oder so. Oder wir machen, dass wir irgendwie level 70 sind. Aber wir müssen ja eh nicht alles erkunden hier drinnen. Von daher. Ne? Spielinhalt beendet. Vielleicht können wir noch ein paar E-Ether-Sachen abstauen. Tadaaa. Abgestaubt. Und schneller weiter. Instanz verlassen. Perfekt. Nächstes. Äh, zwei. Das geht ja dann schnell voran. Hoffentlich. Jum. Galiische Grabungsstätte 912 Yalme. BAM BAM Wo geht es weiter Hilfe Ich glaube hier ist sie nicht lang gelaufen Sarah wieder blind Das kann es heute kein erzählen Blind um Überall lang zu laufen Ja Zu meiner Verteidigung Auf meinem Bildschirm ist das noch dunkler Als bei euch Jaja jetzt kommen die Ausreden Ich hätte mich auch so verlaufen Also ja 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 Ich habe einfach den Weg Rechts nicht gefunden Sprint Ah Na Katzi Cool haben wir geschafft Also hier war einfach nur durchlaufen Und dann Cool Ähm Wo geht es denn hier raus Da unten Cool War ja schnell gemacht hier Es gab hier aber keine Geschichte drinnen Ja gut Aber den dritten gleich sofort Ich weiß halt nicht Wo es überall in den Geschichten weiter geht Hier drinnen Ich weiß auch nicht Wir müssen aber glaube ich sowieso alles machen Von daher Ach jetzt kommt der Aufzug Okay doch kein Aufzug Wir müssen da runter Das geht ja schnell Einfach Sprint rein und fertig Wir müssen vielleicht nicht kämpfen Oh Das ist ein bisschen schwierig So Wie konnte das passieren Ich bin sonst auch immer überall weiter gegangen Und das hat immer funktioniert Jetzt war ich mich zurück Oh Mann Musik geht wieder weiter das stimmt man muss ja nicht zurückgehen sondern so denn das terminal das terminal aktivieren und weiter nach unten also hier links lang gehen gehen da ja macht sinn und vielleicht hier lang ja gut hier lang immer durch die reifen durch aber die schlecke aber die schnecke aber die schnecke aua java ist auch falsch irgendwer ist glaube ich hier ich habe ich bin doch gerade hier drauf getreten oder gut so okay gut hui auf nach unten so das war ja perfekt dann einmal rüber man kann ich das gut ich rate einfach nur also ich gucke welche richtung man vielleicht hin möchte und dann gehe ich dahin ich glaube so war das aber auch damals so und jetzt durch den ring ja zack perfekt nach unten wie weit geht es noch sind wir gleich da und sind wir da und wieder durch den ring da müsste gleich ein ab nur noch noch zwei kommen da einmal aufzug und einmal Ja. Pam, pa, 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 pa. So. Yay. Geschafft. Jetzt gehen wir tiefer rein. was für ein doofer da war auch keine geschichte drin wenn man das überspringen kann dann überspringt zwei und drei da ist ja nur der weg nach unten drin war das damals auch schon so ich weiß nicht zum glück ist das hier glaube ich einfacher also neue andere seite so jetzt haben wir mit dem fahrstuhl nice wenn man so stark ist dann kann man ja eigentlich den promenaut die eine fressen lassen ja okay aber man kann auch einfach alle umbringen mit einem entscheidenden schlaf ja auch bar ins gesicht ja wir sind schon angekommen das war mein schneller fahrstuhl das war das war Papa für das heute muss ja 10.000 kekse backen das mir so geholfen wird am arm bin ich froh dass ein helfenswort dann einfach eine einfach normale story machen kann kern sektor 1910 jahre in die tiefe wahrscheinlich die ratten da rück was ist das für eine kralle wenn man hier ein gucken stell mal vor du müsstest gegen den kämpfen so riesig wie dieser drache prima eva das einfach seine klau hier ist wir kommen besser voran als erwartet eine heldin bei sich zu haben ist super wir sind schon so tief und trotzdem wird die höhle nicht enger faszinierend diese form hier ähnelt ein finger ja es ist das etwa bahamuts hand welch ein seltsames gefühl hier zu stehen ist aber riesig es wirkt als sei er vollständig erstarrt aber wie kann er seine physische form erhalten ohne sich zu äther zu verflüchtigen ich hatte angenommen dass bahamut energie in den ewigen äther strom zurückgeflossen sei und so die weit reichenden umformungen eosias bewirkte aber wenn er immer noch hier ist ist die theorie wohl widerlegt wodurch konnte sich diese welt dann so schnell regenerieren es scheint so viel mehr in deren geschehen ist und der karte nur in bei karte nur verborgen zu sein was um alles in der welt geschah damals wirklich nun gut gehen wir weiter die höhle scheint ja gar kein ende zu nehmen aber irgendwann müssen wir doch mal auf einen entscheidenden hinweis stoßen ja los wir stoßen auf twin tarn ja mein reit mal und also doch ein reitmau und kann man das auch kriegen durch freundschaft na wie heißt es durch freundschaft bonus wenn man freunde wirbt so wenn man bei feind fantasy 14 freunde wirbt über die seite kann man durch schokobo federn die man dadurch bekommt titan ja als reittier bekommen so ist richtig na verschlungene schatten begegnungen abgeschlossen geht jetzt weiter ja und das unser ganze ganze inventar wird voll verkriegen wenn es geht und jetzt sind wir hier drin krass den lift aktivieren ja was passiert so etwas habe ich noch nie gesehen eine art kontrollbrücke ob von hier aus wohl die äther dichte geregelt wird für pia danke für den follow danke 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 so etwas habe ich noch nie gesehen und ich wünsche auch die einen wunderschönen guten tag eine art kontrollbrücke ob von hier aus wohl die äther dichte geregelt wird nun es gibt ja nur einen weg es herauszufinden ja der drache den du ihm besiegt hat trug eine art halsband hast du das bemerkt er muss aus der ferne kontrolliert worden sein ja die allager vermochten also auch lebende wesen wie drachen nach belieben zu steuern die ist gar da wären überglücklich solche methoden zu kennen aber das ist ja nur noch eine von aber tausenden anwendungen es ist schwer sich alle konsequenzen auszumalen die die vollständigkeit ergründung des allergischen wissen auf ihr sehr hätte dass dieses volk schon so vor so langer zeit über eine der art fortgeschrittene technologie verfügte und trotzdem untergehen musste okay alles aktiviert ob das so gut war Sieh nur Das ist doch Was Bahamut Bei allen Göttern Das kann doch Das ist unmöglich Bahamut Bahamuts Kopf Ja wir haben auch seine Hand gesehen und so Stell mal vor Gegen den müsste man wirklich kämpfen Wenn er zusammengesetzt ist Okay Ist das sein Herz Oder ein pulsierender Kristall Der prima Er ist am lieben Das darf doch nicht Dann war Großvaters Opfer Vergeblich Nein war es nicht Wenn wir das jetzt beenden Wir Ich Lass uns schnell an die Oberfläche zurückkehren Seraphine Wenn Bahamut sich rührt Sind wir verloren Warte Da ist noch jemand Das ist doch Nicht möglich Oder Großvater Bist du das Bist du das Wirklich Hat der irgendwas gesagt Wer ist das Oder sind das Erinnerungen Warum lässt du mich allein Großvater Warte Ich weiß nicht was ich denken Was ich fühlen soll Bitte Bitte Zerra Lass uns gehen Ja Auf zu den nächsten Bereichen Und danach Kommen Nach den nächsten Bereichen Kommen schon die letzten Nicht mehr so viel Gut Lass uns raus Aber es sieht schon cool aus Hier Einfach mal ein Foto machen Okay Ich bin schon draußen Es geht weiter Wir kommen hier wahrscheinlich Noch öfter rein Wir sind draußen Wo sind wir jetzt gelandet Also da sind wir nicht reingegangen Wo sind wir denn hier Nur Tannalan Wie haben wir nur so einen weiten Weg Hierher zurückgelegt Aber solche Dinge sind jetzt nicht von Belang Nein ganz und gar nicht Wir müssen hier erstmal weg Großvater Liebter Zerra Er ist nicht unterliegen Er hat Bahamut bezwungen Hm Aber warum kommt er denn da einfach nicht zurück Diese Expedition hat so viele Fragen aufgeworfen Wie sie beantwortet hat Jedenfalls haben wir etwas Ruhe nötig Lass uns in den Sonnenwind zurückkehren Und über alles nachdenken Was wir heute gesehen haben Ja Ich bin wirklich von Herzen dankbar Zerra Wärst du nicht gewesen So hätte ich all dies niemals erfahren Ich dank dir Auf zum nächsten Quest Zum Sonnenwind Wir haben ja noch ein paar Teleport Dinger Wo sind wir eigentlich genau Hier oben Dalamuts Clown Cool Also schnell zur Bucht Und weiter geht's Magie Tech hier lang läuft Schnell schwuppdiwupp wieder hier rein Da müsste die nächste Quest sein oder Glaube ich Hoffentlich Sonst muss ich gleich kurz mal wieder nachgucken Wo die nächste Quest ist Würde ich sowieso jedem empfehlen Wenn man nicht mal weiß wo was ist Internet nachgucken Da gibt's eigentlich alles Alizees Suche nach der Wahrheit Ich glaube Das haben wir noch Ich habe deine Rückkehr voller Unruhe erwartet Alizee ist vor einer Weile hier eingetroffen Und hat mir bereits in groben Zügen Von euren Abenteuern berichtet Wie du weißt Ist Alizee die Enkelin des Weisen Lussoir So besorg ich Über ihren Wunsch war Dalamut Einschlagsort zu untersuchen So verstehe ich doch Und wenn ihr noch nicht kennt Welche wäre das Könntest du mal erläutern So ist es Als ihr die Höhle wieder entstiegen seid Haben wir eine Erschütterung gefühlt Die die Aktivitäten eines Primae erzeugt Der Ursprung des Beben scheint in Modona zu liegen Direkt unter der Heide von Kartenow Das ist seltsam Dort haben wir keinerlei Anzeichen Auf eine Primae-Beschwörung beobachtet Es sei denn Es war Bahamut Es wäre schon möglich Dass wir ihn direkt unter der Kartenow gesehen haben Obwohl der Eingang zu der Höhle in Wühlbrand liegt Nicht wahr Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr hoch Ja Also ist Bahamut vor 5 Jahren nicht verschwunden Sondern er hat sich nur im Erdreich unter Kartenow verborgen Und schläft er nun dort Während er sich langsam regeneriert Nicht auszudenken Die Äther-Schwankungen Die wir gemessen haben Stützen sich diese Theorie vor allen Dingen So fürchte ich Bahamut lebt und entzieht dem Erdreich Äther Er wird diesen Planeten immer mehr Kraft rauben Bis er sich schließlich mit seinen dunklen Schwingen Erneut über Eusea erheben kann Und diesmal gibt es keine Rettung mehr Na dann müssen wir denen Einhalt gebieten Ja Zerra Auch ich habe nicht vor aufzugehen Bahamut mag noch am Leben sein Aber das ist auch mein Großvater Er muss über die vergangenen 5 Jahre dort gewacht haben Damit Bahamut sich nicht befreien kann Luz war am Leben Das kann nicht sein Bist du dir sicher Dass das keine Illusion war? Ich weiß was du denkst Orion-Gee Aber es war nicht mein Wunschdenken Da bin ich ganz sicher Ich habe ihn vor meinen eigenen Augen gesehen Und Zerra auch Oder? Aber er ist gleich verschwunden Tiefer in das Labyrinth hinein Bevor wir mit ihm sprechen konnten Aber es gibt noch zwei Bruchstücke von Dalamut Die in der Erde geschleudert wurden Auch von dort aus muss man in das Labyrinth gelangen können Und vielleicht kann ich Großvater dort wieder begegnen Nun, wenn du so fest überzeugt bist, werde auch ich Zuversicht haben Falls es euch nicht unangenehm ist, werde ich den staatlichen Gesellschaften von euren Erkundungen berichten Wir sollten uns vorbereiten und die Kräfte Euseas zu einem einzigen zusammenschließen Das ist nicht nötig, Orion-Gee Daran arbeitet Alfino bereits mit all seinen Kräften Er hat mir gesagt, dass er eine gesamte Euseische Organisation aufbauen will Überlassen wir ihm die Politik und wir kümmern uns um die Untersuchung von Bahamut Ja, wie viel Anstrengung es auch kosten mag Ich werde Großvater finden und herausbekommen, was mit ihm und mit Bahamut geschehen ist Tara, ohne dich kann ich die Aufgabe nicht bewältigen Euseas bedroht von einem dunklen Schatten tief unter der Erde Du musst uns helfen, einen Weg zu finden, diese Gefahr zu beseitigen Ja, ich bin immer dabei Schnell, los, lass weiter Wo muss ich hin? Der zweite Abstieg müsste das sein, ne? Ja Dank dir wurde uns das Ungeheuerliche offenbart Dass sich tief unter der Ebene von Kartenur in labyrinthischen Gängen verborgen hält So unglaublich es ist, du hast es mit eigenen Augen gesehen Und so muss es stimmen Doch stets neue Rätsel stellen sich mit jedem Schritt, der uns doch die Wahrheit hätte näher bringen sollen Was du mir letztes Mal berichtet hast, hat mich lange beschäftigt Nun aber ist die Zeit gekommen, um neue Fakten im wahrsten Sinne des Wortes ans Tageslicht zu bringen In Kürze wird uns Alizie Gesellschaft leisten Sie ist entschlossen, aufs Neue jene dunkle Höhlen zu erkunden Bin ich gespannt Los, lass los, schnell Verzeiht mir, ich habe euch lang genug warten lassen Zerafine, ich freue mich dich hier zu sehen Ohne dich hätte ich die verschlungene Schatten niemals lebendig verlassen Ja, gar nicht erst betreten können Und ich brauche wieder deine Hilfe Wie Orion See schon sagte Will ich noch einmal dort hinunter Diesmal von einer anderen Seite Ich muss die Wahrheit finden, die dort unten begraben liegt, ja? Beim letzten Mal wollten wir ein Anzeichen für einen neuen Prima-Ehe auf den Grund gehen Und fanden Bahamut, der noch immer am Leben war Oder in einem Zustand zwischen Leben und Tod Ohne zu Eter zu zerfallen Aber, dass ich dort wirklich meinen lieben Großvater noch einmal sehen durfte Fünf Jahre zuvor war doch alle Welt Zeuge geworden Wie er und Bahamut sich gegenseitig den Todesstoß gaben Und doch sahen wir mit unseren eigenen Augen das erlebt Wir wissen inzwischen, dass Dalamut ein geniales Konstrukt der Alaga war Eine Zivilisation, die die St. Koenach-Stiftung seit langem untersucht Ich habe mich daher an Rambus gewendet, um mehr Informationen zu erhalten Seine Untersuchungen zufolge diente Dalamut dazu, die Energie der Sonne zu bündeln Und sie zum Kristallturm zu senden Den Kern des künstlichen Mondes bildet ein Prima-Ehe Der unvergleichliche Zerstörungskraft entfesseln konnte Bahamut, dass sie ein so gefährliches Wesen darin eingeschlossen haben Ist höchst verblüffend und wirft eine Vielzahl von Fragen auf Doch das Risiko muss einen entsprechend großen Nutzen versprochen haben Du erinnerst dich also doch, was wir da unten sahen Ja, Bahamut, der sich langsam zu regenerieren schien War von allergischen Apparaturen umgeben Es sah aus wie im Inneren eines Schiffes Ich sah die Beschriftung RVH-01 an mehreren Stellen und den Namen Ragnarök Das war wohl sein Name Die Anlage muss Bahamut all die Zeit hindurch fest an seinen Ort fixiert haben Gleichzeitig haben sie wohl auch dazu gedient Die von ihm gesammelte Sonnenenergie abzuleiten und nach unten zu schicken Wenn Rambus' Theorie wirklich stimmt Und bei allen, denen stellten die Maschinen sicher Dass Bahamut gerade noch am Leben blieb Der Prima E sollte der Erlager eine riesige Mengen von Energie erschließen Ohne das selbst zu seinen furchtbarsten Kräften zu erwachen Mehrere Jahrtausende war er dort eingeschlossen Bis er für einen flüchtigen Augenblick die Freiheit kostete Nur um von Louis war erneut gefesselt zu werden Doch zu töten vermochte ihn alles nicht Bahamut, der Prima E, den niemand huldigt Ein Gott ohne Jünger Ohne den Glauben seiner Anhänger kann ein Prima E normalerweise nicht existieren Doch auf irgendeine Art vermochten die Allager diese Lebensenergie zu substituieren Woher sie stammt ist mir rätselhaft Aber jedenfalls scheint die Ersatzenergie über drei Strahlen in Bahamut einzufließen Die auf ihn gerichtet sind Wenn wir die Maschinen ausschalten, durchschneiden wir Bahamuts Lebensader Verstehst du das? Alize sagt, dass die Strahlen von drei verschiedenen Schiffskonstrukten ausgingen Eines davon habt ihr das letzte Mal unter Lebensgefahr erforscht Nun sieht es so aus, als hätten wir einen weiteren Zugang gefunden Und zwar über die Einschlagstelle eines Bahamut-Fragments im Finsterwald Ob es bis zum Innersten von deiner Mut durchgebrochen ist, wissen wir nicht Aber vielleicht ist dies der Weg weniger und weniger riskant Auf geht's Natürlich gibt es noch Unwägbarkeiten Aber eins ist sicher Darunter befindet sich eine Höhle Und mit etwas Glück können wir bis zur Bahamut vorstoßen Du musst mit mir gehen, Zerrer Ich bitte dich, du bist die Einzige, die mich dort beschützen kann, ja? Und du solltest wieder deine Kameraden mitnehmen Kannst du sie um Hilfe bitten? Aber sieh zu, dass Gerüchte über unser Vorhaben nicht in jeder Kneipe die Runde macht, ja? Ich habe eine Vertrauensperson in Herbstkürbissee Wenn du einverstanden bist, dann geh dorthin und sprich mit ihr Ja, schnell Los, wir werden zu Ende führen, was wir das letzte Mal erledigen konnten Bahamut darf nicht länger unter ihr seien dämmern Wo er jeden Moment erwachen und uns erneut Tod und Verderben bringen kann Okay, auf zu den nächsten Inhalten, die schnell abgeschlossen werden Die vielleicht nicht mehr so sind Bitte, 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 bitte Da gehen wir hin, nach Herbstkürbissee Auf geht's So, schnell Wir haben schon Halbzeit, wir sind da bald fertig Und vor allem macht die Geschichte auch Spaß, oder nicht? Ich meine, so viel Ah, Teraffin ist da Du bist also die Heldin, die es wagte, sich Bahamut bis auf wenige Jahren mitzunähern, ja? Es ist mir eine Ehre, ich stehe im Dienste der Bruderschaft Wie du siehst, aber solange es meiner Pflicht nicht widerspricht, helfe ich Adisee Ihr unermüdliches Streben, die Wahrheit über die siebte Katastrophe herauszufinden, ist wirklich bewundernswert Die bevorstehende Mission wird nicht einfach Du wirst in eine Höhle hinabsteigen, die ein Fragment von Dalamut aufgerissen hat Und zwar bei Ellenbrunn Es ist zu erwarten, dass sich dort unten mengegefährdiges Ungeziefer eingenistert hat Ja, südwestlich von hier wartet ein Kamerad, der dir den Einschlagkrater zeigen wird Da kannst du dir schon mal ein Bild machen Dann fliegen wir da hin, zum Glück können wir fliegen So, wachsamer Novize So, eine Abenteuerung Wenn du hier nichts zu erledigen hast, verschwinde besser wieder Ja, hier sind einige Golems unterwegs, mit denen nicht gut Kürchen essen ist Ja, aber die sind nicht so stark, ich will nach Bamut Oh, du kommst von Alizee, verzeih mir Sieh dir das an, das hat alles, das alles da hinten hat Dalamut aufgerissen Die Leute hier nennen den Einschlagort den Meteoritenkrater Obwohl es, das nicht so ganz stimmt Da vorne geht es runter Von diesem Ort scheinen die Galearen nicht zu wissen Sonst hätten sie sich schon hier breit gemacht, das kannst du glauben Das bedeutet aber auch, dass vor uns noch niemand da unten war Wir müssen auf ganz eigene Faust da runter gehen Falls die Höhle so tief ist, wie wir hoffen Dann wird sie uns bis ins Innere von Dalamut führen Oder das, was von ihm übrig ist, du verstehst schon Dir ist doch klar, worauf du dich einlässt Ich wage es gar nicht auszumalen, was da drunten uns erwartet Alizee müsste bald den Herbeskürbissee eintreffen Bei Annelle ankommen Den Eingang zur Höhle habe ich dir gezeigt Alles Übliche liegt bei dir Biete ihr deine Hilfe an und gehe deiner Wege Denk daran, dass auch Alizee Leben in deinen Händen liegt Alles gute Abenteuerinnen, aber überschätze dich nicht Wir überschätzen uns nicht Sheriff erbombt alles weg Ich brauche nichts Machen Ach, wir sollen wieder zurückfliegen Warum konnte man, hätte man das nicht hier abgeben Naja, egal Schnell zurück Wir sind gleich da Es war unter mir, ne Ich bin drüber weggeflogen So Guten Tag Du bist zurück Hast du den Krater gesehen? Ja, natürlich Ja, das kann man sagen Nicht gerade gemütlich zur Umgebung Du kannst dir nicht vorstellen Wie viel Mühe es uns kostet Allein den Zugang zu sichern Und all die Golems so gut es geht Unter Kontrolle zu halten Alphino Was führt dich denn hierher? Orangier hat mir gesagt Dass ihr hier neue Pläne schmiedet Wenn du erlaubst Ich möchte kurz mit euren tapferen Höhlenführerin reden Ach, das ist ja wirklich Alphino Entschuldigung Zerafine Es ist dir sicher nicht entgangen Des Alisiers Gedanken ständig um unseren Großvater kreisen Sie ist geradezu darauf fixiert Wenn man sie davon abbringen will Stößt man auf taube Ohren Sie will ganz allein Eosea retten Um den Opfer Das unser Großvater gebracht hat Einen Sinn zu verleihen Aber Entschlossenheit wird schnell zur Verbissenheit Die das Urteilsvermögen trügt Wenn sie weiter ihrem Fantasiegebilde nachläuft Wird sie leichte Beute für Bahamut sein Er wird sie beeinflussen Sobald sich die Gelegenheit bietet Sie braucht ein Ziel Etwas wofür es sich zu kämpfen lohnt Und sie hat sich die Rettung Eoseas ausgesucht Aber sollte ich sagen Die Rache an Bahamut Fest steht Dass sie sich irgendwann fragen muss Was danach sein soll Und das kann ihr Der mächtige Weise Louis zwar nicht vorgeben Denn er ist nicht mehr Sie selbst Seine schwache Enkelin Eosea Muss die Antwort finden Sie ist doch nicht schwach Du bist schwach Dieser Kampf Wird sie alleine nicht durchstehen Zerra Du musst dafür sorgen Dass meine Schwester nicht passiert Ja Wenn es eine Antwort Auf ihre Fragen gibt Dann wird sie sie Nur zusammen mit dir finden Kriegerin des Lichts Du kannst mich auch Zerra nennen Danke Ich mache mich besser Wieder auf dem Weg Viel Glück Abenteuerin Sag Alizea nicht Dass ich hergekommen bin Hast du verstanden Kein Wort zu Alizea Aber sicher doch Erst Kriegeres Licht Dann Abenteuerin Einfach nur Zerra Alizea muss jeden Moment Komm Zerra Ich hoffe Dass ich euch bald Wohlauf wieder sehe Ja Auf jeden Fall Verschlungene Schatten Auf geht's Zack Auf geht's Auf geht's Auf geht's Das ist der erste Der Neuen Verschlungene Schatten Hier drin Wo sind wir jetzt gelandet Ich dachte wir gehen tiefer Und jetzt sind wir in der Luft Die hohle Erde Nein Mann Scherz Wir gehen wahrscheinlich Noch rein Von hier oben aus Oh mein Gott Wir sind drin Das war nur ein Hologram Okay gut Puh Das wusste ich nicht mehr Diese laute Geräusche In den Ohren Wow Sieht ihr diese Landschaft an Einfach unglaublich Als ob die Schwerkraft Aufgehoben wurde Und die Massen Von den autorierten Kristallen Die Trümmer Müssen mit einer Solchen Wucht Hier eingeschlagen sein Dass sich die Ätherstruktur Verfestigt Und so bizarre Gebilde erstarrte Die Luft Ist immer noch Ganz schwer Der verbleibende Äther trägt wohl Das Schwebegestein Mir ist als Sehe ich Ein Ätheriten Von innen Zerra Ich fürchte Dass diese Golems Nur ein schwacher Vorgeschmack Darauf sind Was uns Erst in die Tiefen Der Höhlen Erwartet Wir dürfen Nicht schon Scheitern Ja Wenn wir es Nur bis zum Innersten schaffen Wir müssen Den Energiestrom Unterbrechen Der diesen Monstrum Am Leben hält Für Großvater Ja Dort drüben Zerra Über diese Zerklüfteten Felsen Lassen uns Versuchen Auf diesen Weg Weiter vorzudringen Klar Okay Wir gehen den Weg Auf geht's Wir sind schon Weiter gegangen Gut Ähm Okay Ich will den Weg Doch nicht mehr Laufen Zurück Okay Gut Ja 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 Finde ich den Weg Auch dahin Hoffentlich Ich komme Ich erscheine Meine ich Dünnt 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 Attacke Das müsste schon Der Boss sein Oder Ich glaube schon Ich kann die Agro nicht Halten Was mich Eintank Okay Bam Geschafft Nächstes Schon kratzt Wo wir hier gelandet Seien Mal gucken Wo es Weiter tiefer geht Wie es da Wieder aussieht Auf geht's So Achso Das war es schon Gut Dann das zweite Das geht ja schnell Und dann kommt schon Das dritte Und dann sind wir durch Also hier nach Also natürlich Jetzt Ein Äh Zwei Drei Vier Und dann Kurz Noch mal Ein paar Sequenzen Und dann sind wir durch Wo sind wir denn hier Ähm Okay Was ist das Bei den Zwölf Diese Rüstung Zerra Ich kenne nur eine Person Die solche Rüstung trägt Okay Der Rivale von Gaius Van Belsa Ihm Ebenbürtig In Machtgier Und Härte Feldherr der Siebten Legion Und Planär Des Projektor Projekts Meteor Das Dalamut Herabstürzen Lies Und Leid Und Zerstörung Über ihr Seher brachte Legatus Nile Vandanus Die Silberschwinge Nile Vandanus Was für ein Hohler Klangloser Name Für eine Jämmerliche Existenz Die ich In der Siebten Ära Der Schatten Zum Glück Zurück Lassen Konnte Diese Musik Wieder Nein Das bin ich Nicht mehr Ich bin Nile Deus Danus In diesem Elysium Hier diene Ich mit Freuden Dem einen Großen Gott Gott Er muss von Bahamut Besessen sein Bahamut Erhabener Gott Du kannst Tief in Mein Innerstes Gucken Und mich Bewegen Dieser Ort Ist das Haus Gottes Und die Wiege Seiner Lieben Oh Ihr Narren Was Musstet Ihr Hierher Kommen Nun Seid Verloren 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 Ist ja nur Eine Sinnestäuschung Bei all dem Äther Hier Oder ein Doppelgänger Falls er Wieder erscheint Wird Ihm mit Worten Jedenfalls Nicht Beizukommen Seien Schon Gar Nicht Wenn Er Von Bahamut Besessen Ist Bambam Bambam Äußere Schwäche Finster Weil Wie wir Darunter Gesprungen Sind In der Cutscene So Nebenbei Links Hop Ich liebe das Auf geht's Ist das wieder Nur ein Fahrstuhl Cool Ich kann Nix Machen Scherifa Ist Einfach Zu Stark Okay Ich glaube Wir sollten Hier lang Gehen Nur So Hi Hi So Melusine Dann geht's Wie das Hier drinnen Aussieht Alles Fliegt So In der Luft Und so Die ganzen Kapseln Und schon Musste sie Wieder Fallen Auf geht's In den dritten Danach In den vierten Und dann geht's weiter mit Alizie Hier Bam Bam Bam, 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 bam. 10.000 Sachen. So, gleich mal in die nächsten Reihen. Strohmann. Plupp, plupp, plupp. Geht sofort weiter mit der Geschichte. Sehr gespannt. Zentrales Deck. 3256 Eilen mit Tiefen. Okay. Wird wahrscheinlich auch nur der Weg runter sein, oder? Na gut, Alizier ist da. Aber die war vorher auch überall da, oder? Hier sieht es aus wie unterhalb von Castrum Ozydenz. Wir müssen schon sehr tief sein. Sieh nur diese rohrartigen Vorrichtungen, genau wie wir sie weiter oben schon gesehen haben. Aber wieso sind hier noch weitere installiert? Man sieht nichts ins Innere. Ob da wieder eine Chimera lauert? Es ist bekannt, dass die Allager sich auf die Zucht von Chimeren und anderen mörderischen Kreaturen verstanden. Wahrscheinlich haben sie so viele davon hierher gebracht, um Bahamut vor Angriffen von außen zu schützen. Bahamut und seine lieben Horden blutrunstiger Monster zum Schutz des Siegels, das den Prima ihr hier gefangen hält. Aber haben wir uns das Grübeln für später auf... Also heben wir das auf, wenn wir wieder sicher an der Oberfläche sind. Lass uns weitergehen, ja? Ja, bin ich auch dafür, dass wir keinen mehr warten lassen. Ja! Auf geht's! Der Abenteuer Bild ist auch cool, ne? Außer meins. Ich will auch in 3er. Oh, oh, okay. Auf nach oben! Ah, die Musik hier drinnen, ne? Ist immer fast die gleiche, aber es ändert sich immer. Okay, vielleicht müssen wir auch hier rein. Ich und mein Orientierungssinn. Ich wäre wieder nach unten gesprungen, wahrscheinlich. Wah! Ähm, hallo? Vierarmiges Teil. Vierarmiges Teil. Auf geht's! Es kann eine Attacke machen. Es hat mich gefesselt. Hatte ich gerade noch Leben? Ich glaube, es hat mich weggebombt, oder? Wir lieben noch in der Katzi. Hehehe. Dem, dem, de, 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 de. Au! Es hat mich wirklich weggebombt. So, auf geht's! Letztes. Und dann kommen wir in die letzte Phase. Dann kommen wir in die letzte Phase. Das ist so cool. Dann kommt der letzte Raid. Ist ja auch nochmal vier. Holosphäre 6329, Jalme. Hier werde ich doch bestimmt auch wegge... ...dingstet, oder? Aua, 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 aua. Ja, so würde ich aber auch gucken, wenn ich in der... ...ins Innere fahre und dann auf einmal im Himmel bin. Wie am Anfang schon. Aber quasi jetzt komplett mit... ...mit den Dalamut-Mond. Wie zur Katastrophe der siebten Ära. Hier. Dalamut! Aber wir sind doch in seinen Kern. Wie können wir ihn dann jetzt von hier unten sehen? Darf ich präsentieren. Das luftige Grab von Nalvan Danus. Ein Opfer zerstört vom Produkt seines eigenen kranken Geistes. Und bald ist es auch das Grab von neun kleinen Würmchen, die sich vorwitzig bis hierher vorgewagt haben. Oh nein, bei allen Göttern! Okay, einfach mal den Kopf weggeschossen. Also, ne? Als damals mein Äther zerstob, rettete er meine Seele. Er gab mir meinen Körper zurück. Und neue, wahrhaftige Stärke. Nun ist der Gott tief im Inneren verborgen und ich bin seine Wächterin. Kein Sterblicher verdient es, einen Blick auf ihn zu werfen. Ihr habt es getan und dafür sollt ihr büßen. Die gesamte verdorbene Welt soll blüßen. Die Zeit der Läuterung ist nah. Haben die vorhin nicht gesagt, der Alvanus? Er? Nicht sie? Naja, egal. Ich bin nur ausgegangen, okay. Ich wusste natürlich nicht sie, aber ich dachte, vielleicht ändert sich das noch. Oder, also, ne, hiermit. Okay, jetzt ist es, ähm, ein Drache. Nicht zu fassen, Neil ist eine Frau. Ich hätte schwören können, Großvater sagte, aber viel wichtiger ist, hat sie nun Barmutsstärke erlangt? Achso, doch, es wurde hier jetzt revealed. Ja, dann ist ja alles gut. Allmächtiger, erhebe diese schwachen Körper zu deinem Werkzeug. Nimm mich und verleihe deinen Willengestalt. Ich bin die Verkörperung Katharsis. Der Anfang und das Ende. Euer Ende, natürlich. Nun wird die wahre siebte Katastrophe über Iosea einbrechen. Ne, ich bin noch da. Natürlich nicht. Auf geht's. Wir halten sie auf. Oh, wie cool wir das Schwert gezogen haben. Däh, 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 däh. Wir haben ein bisschen was geskippt, glaube ich. Au. Wir haben es geschafft. Ah, so sieht es hier drinnen aus, okay. Spielinhalt beendet. Verschlungene Schattenvorstoß abgeschlossen. Nice. Perfekt und dann raus. So, mal gucken. Du hast dein Leben zum zweiten Mal verloren, Niall. Als dein Körper vor langer Zeit starb, verschlang Barmuth den Äther deiner Seele und so lebtest du fort. Doch nun ist dieser Albtraum vorbei, auch für uns. Für alle. Dein Gott hat dich verlassen. Gott? Hä? Wer dem auch nur an Funken verstand, einen Rest von Stärke geblieben ist, hol dich verfluchten Götzenbildern. Ich bin nahe Vandanus, Ligatus der siebten Legion des Galenischen Reichs. Niemand lenkt mein Schicksal außer mir selbst. Ausgerechnet mich mussten diese primitiven Götzenviecher besitzen. Welch Hohn, mein Geist, die scharfe Klinge der Vernunft betäubt und in die Knie gezwungen von der Bestie, die mir dienen sollte. Mir ganz allein. Sie erinnert sich, Barmuth Einflüsse verflogen. Jetzt, da sie besiegt ist, hat er keine Verwendung mehr für Niall. Endlich kann ihre Seele in den Äther zurückkehren. Hm, ich nutzlos für einen Götzen der Wilden. Größer könnte die Schande ja nicht sein, die ich über mich gebracht habe. Über die gesamte galerische Nation wäre ich nur zu Äther zerfallen, ohne jemals davon zu erfahren. Aber glaubt nur nicht, dass alles von Anfang an sein Werk gewesen sei, Mädchen. Das Projekt Meteor war die Frucht meines Geistes. Wenn mir auch der Tod in Würde nicht gewährt sein mag. Die Größe meines Werks könnt ihr nicht leugnen. Mir steht die Herrschaft zu. Allein die Umstände waren gegen mich. Wir wollen wissen, was bei der siebten Katastrophe wirklich geschehen ist. Sag uns, was ist mit meinem Großvater passiert? Hat Barmuth ihn wirklich getötet? Ah, du bist das Enkelkind des Waisen Louis Swart. Tja, wer hätte ihm ein solches Ende gewünscht? Hm, zu schade. Wenn du deine sogenannten Wahrheit ertragen kannst, dann geh nur weiter. Du wirst sie finden und bereuen, dass du je nach ihr gesucht hast. Das kann ich dir sagen. Aber wenn wir Barmuth töten, dann wird doch auch mein Großvater gerettet. Seine Seele wird sich befreien und zu uns zurückkommen, oder nicht? Oder weggehen, wie Nehe. Wie Nehe. Törichtes Kind, stellst du dir so den Lauf der Dinge vor? Die Welt folgt eisernen Willen und gnadenlose Macht. Nicht den Wünschen kleiner Mädchen. Auch mir beugte sich niemand, als ich noch Wünsche hatte, als ich noch wünschte, statt zu fordern. Tritt aber mutig ins Licht und dein Name wird die Geschichte überdauern. Ah, voll durch. Es ist genug Silberschwinge. Du wirst diese Welt nun wirklich verlassen. Nein, Verfluchter, gib mir meine Stärke zurück. Sie gehört mir. Ja, jetzt ist sie komplett zurück. Also, ja, sie ist ins Licht gegangen. Diese Stimme, sie klang so vertraut. Wir dürfen unsere Mission nicht vergessen. Lass uns die Maschinen zerstören, die Bahamut erhalten. Das wird auch mein Großvater befreien. Egal, was Nail uns glauben machen will, ja? Naja, also wir müssen Bahamut aufhalten, aber dein Großvater kommt bestimmt nicht zurück. Nail hat sich ja auch aufgelöst. Es wurde nur gerade beschleunigt. Damit sie nicht mehr von sich preisgibt, was sie weiß. Oh, Bahamut. Sein Körper ist schon viel weiter regeneriert als das letzte Mal. Schnell, lass uns den Energiestrahl abschalten, ja? Dieses Kontrollsystem, so etwas habe ich schon mal gesehen. Ich versuche es zu deaktivieren. Warte. Weißt du, Terafina, als Nail die Kraft Bahamut erlangte, dachte ich, dass nicht einmal du gegen sie bestehen könntest. Ich sah uns schon tot. Natürlich ist Bahamut nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, aber trotzdem. Immerhin muss Großvater im Kampf gegen ihn fast sein Leben lassen. Aber du hast es geschafft. Ein starker Arm und die Entschlossenheit zum wahrhaften und guten Vermag fast alles zu bewirken, nicht wahr? In uns allen ist das angelegt. Und Großvater wollte nicht zulassen, dass die Völker Euseas mit ihrem Streben nach großem und ihren hohen Prinzipien einfach so ausgelöscht werden. Das verstehe ich jetzt. Lass uns zur Oberfläche zurückkehren. Wir müssen Orion-G sprechen, wie wir den nächsten Energiestrahl abschalten können. Ja, schon wieder. Alter, hast du was zur Hölle? Geht's dir gut, Alizé? Großvater, aber warum denn? Genug, Alizé. Hier muss Schluss sein. Ihr habt schon zu viel Schaden angerichtet. Aber Großvater, wir müssen Bahamut doch töten, damit du zu uns zurückkommen kannst. Wenn du nicht hören willst, dann bleibt mir keine Wahl. Nichts. Dann trete ich gegen dich an. Großvater, bist du das wirklich oder sag mir, wer bist du? Dumme Göre. Und du auch, Zerafine Star. Habt ihr nichts gelernt? Ihr werdet noch sehen, dass alles einem großen und wunderbaren Plan folgt. Dem weisen Plan Gottes. Nun lauf so schnell du kannst. Ich sage es kein zweites Mal und setze nie wieder einen Fuß in dieses heilige Ort. Doch, gleich kommen wir wieder. Das Licht in seinen Augen, wie bei Neil. Dann muss er ebenso besessen sein. Ja. Hatte ich doch gesagt. Oh nein. Alizé. Wein nicht. Ich muss auch gleich weinen. Großvater ist nicht mehr. Das ist Bahamut, der seine Maske trägt. Nur ein Phantom. Tera, auch wenn es schmerzt, die Waffe gegen diese so vertraute Gestalt zu erheben. Wir müssen ihn vernichten, ja? Bahamut, du hast mir meinen Großvater genommen. Dafür sollst du büßen. Aber sowas von. Okay. Alter, wie krass das hier ist. Und auch das. Mit diesem Herzschlag. Schon wieder. Wir kommen bestimmt nochmal wieder. Auf geht's. Wir haben es tatsächlich zurück an die Oberfläche geschafft. Und wir sind wieder in Nordtannerland, wie das letzte Mal. Ohne dich wäre ich dort unten verloren gewesen. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Oh, Gonski. Ich muss gleich erfahren, dass unsere Expedition erfolgreich war. Kannst du im Sonnenwind alles berichten? Auch ich werde gleich mich auf den Weg machen. Aber lass mich zuvor noch etwas zur Ruhe kommen. Ich bin ganz aufgewühlt. Auf zum Sonnenwind ganz schnell. Dum, 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 dum. Oh, Gonski. Oh, Gonski. Was für ein Glück. Du bist wohl auf Wurst, Alizee. Ist doch nichts geschehen, oder? Berichte mir, was euch widerfahren ist. Jede Einzelheiten. Ja. Und ich muss weiter. Damit es weiter geht. Also es war so und so. Und dann kam Lussoir und wollte uns umbringen. Nalvan Danus und unser verehrter Lussoir. Beide Äther wurden bei ihrem Tod von Barmuth vereinnahmt und ihre Seelen von ihm Besitz genommen. Weder die Härte einer Nalvan Danus noch die Weisheit eines Lussoir de Villiers konnte ihm widerstehen. Ich kann es nicht fassen, doch es ist schwer, überhaupt zu sagen, wie lange sie noch sie sich selbst waren. Ohne Zweifel war all dies für Alizee sehr schwer zu ertragen. Ein Geheimnis habt ihr wohl gelüftet, doch es war gewiss nicht das, was sie sich zu sehen erhoffte. Es mag wohl besser sein, all diese Dinge ruhen zu lassen. Was ich sah, hat mein Entschluss nur gefestigt. Alizee, du bist tapfer, aber mute dir nicht zu viel zu, ja? Ich habe mir geschworen, diese Untier zu töten und nichts anderes zählt, meine ich. Wenn ich auch nur einen verschwindenden geringen Teil dazu beitragen kann, dann werde ich es mit Freuden tun. Du kannst mich davon nicht abheilen. Nun gut, dann lass uns noch mal alles rekapitulieren, ja? Am meisten interessiert mich die Umstände, die Nahlwandanus in die Fänge des primären Geraden ließen. Was du mir berichtet hast, war äußerst aufschlussreich. Legatus Nahlwandanus, die Silberschwinge, Kommandant, Kommandantin der berüchtigten 7. Legion und von hochtrabenden Plänen zur Eroberung Iusias besessen. Von ihren Vorfahren kannten sie die Geheimnisse der Allager. Die Danus gaben dieses Wissen seit zahllosen Generationen an ihre Kinder weiter. Sie wusste, was sich im Inneren Dalamuts verbarg und sah die Macht, die er ihr verleihen konnte. Doch der Kristallturm, den die Allager zu Dalamuts Steuerung errichteten, war damals verschüttet und Nahl war gezwungen, mit alternativen Steuersignalen zu experimentieren, wodurch der schlummernde Primae erwachte und ihre Seele zu beeinflussen begann. Nahl wurde getötet, als sich der Vorhang über die sechste Ehre des Lichts senkte und ihre Pläne zur Eroberung Iusias waren verteilt. Doch für Barmuth bot sich nach Jahrtausenden endlich die Chance, jemanden Seele zu besitzen. Ist es nicht ein tragisches Schicksal, nicht nur dass Nihil von den Kriegern des Lichts besiegt wurde, sogar ihre Seele fiel ein Primae zum Opfer, den Wesen, die die Galia so erbittert, bekämpfen. Nun ist Nihil endgültig vernichtet, doch für uns war das erst der Anfang, die von Barmuth besessenen Drachen. Wir können von Glück sagen, wenn es nicht irgendwo noch viel mehr von seinen Anhängern gibt. Die Wiege seiner Lieben, sagte Nihil. Wir müssen uns Gewissenheit verschaffen, wenn wir das nächste Mal in die verschlungenen Schatten hinabsteigen, müssen wir nicht nur das Lebenserhaltungssystem zerstören, sondern auch Barmuths Verehrern vernichten, ja? Alizeh, noch einmal dort hinunter, wie durch ein Wunder bist du bereits zweimal der Heil davongekommen. Abenteurer wie Zerra mögen an solchen Strapazen gewöhnt sein, doch du, du forderst dein Schicksal heraus. Ja, ich weiß, aber ich muss Großvaters Seele aus dem Clown Barmuths befreien. Erst wenn er vernichtet ist, kann seine Seele Frieden finden. Und irgendwann auch meine. Aber ihr habt recht, wir sollen nichts überstürzen. Ich werde erst nach Forschungen anstellen, um mehr über diese Drachen herauszufinden, die Barmuths verehren. Aber sobald ich mehr weiß, melde ich mich. Also haltet euch bereit, ja? Hm, dann hat uns unser weiser Anführer in jener Schlacht also doch sein Leben gelassen. Fünf Jahre des Zweifels. So erleichternd die Gewissheit ist, die Trauer kann sie nicht mindern. Ach, Louis, die Wahrheit, die Wahrheit. Immer weniger vermag ich den Sinn des Wortes zu begreifen. Stets habe ich es als gegeben betrachtet, dass es eine Wahrheit gibt und es unsere Aufgabe ist, sie zu finden. Die Berufung der Gelehrten aus Schallerherren, der Stadt der Weisheit, dem Hort des Wissens. Aber dass die Wahrheit so schmerzhaft sein könnte, dass man sich nachseligem Umwissen sehnt. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Tag je von mich kommen würde. Das ist also dein fester Entschluss, Kleine Schwester, ja? Dann musst du auch den Anblick dessen ertragen, was hinter dieser Tür ist, die du im Begriff bist aufzustoßen. Davor kann dich niemand schützen, der Bund nicht und auch nicht Zerra. Bahamut ist Teil einer furchtbaren Vergangenheit. Niemand hätte an ihr rühren dürfen. Ja, aber hätte man ihn regenerieren dürfen? Ein neuer Sturm zieht auf. Roger hat neue Informationen über die Bedrohung durch die Primae. Ne, das meinte ich nicht. Antworten war das nächste, ja. Bahamut verschlungene Schatten bergen noch viele Geheimnisse. Es scheint fast, als ob dieser unselige Gänge mit jeder Erkenntnis, die wir in den Tiefen entringen, uns ein neues, noch größeres Rätsel stellen. Unsere tapfere Alizie ist dennoch fest entschlossen, weiter vorzudringen, bis die ganze Wahrheit ans Tageslicht gelangt ist. Und dazu braucht sie ein ebenso tapferes, unbeugsames Schwert des Lichts. Ich komme. Wir gehen weiter und wir müssen jetzt auch weiter. Oh, du bist schon hier, was für ein Zufall. Lass uns schnell los. Ja, da bin ich bei dir. Alizie, was führt dich hierher? Ich fürchte, meine Forschungen hier wurden noch nicht vom Erfolg gekrölt. Oder hat sich dir etwa ein neuer Weg offenbart? Nein, leider. Ich finde einfach keinen Eingang. Alles ist blockiert und verschüttet. Ich wollte einfach nur die Lage mit dir besprechen. Dass du auch hier bist, trifft sich gut. Vielleicht stoßen wir ja unerhofft auf eine Lösung, wenn wir uns noch einmal in Erinnerung rufen, was wir bisher wissen. Also, unser Gegner ist Barmuth, ein Primae, der aus einem herabstürzt künstlichen Satelliten Dalamut hervorbrach und der Eosea verwüstete. Das ist die siebte Katastrophe. Wir wissen, dass er sich tief unter der Kartenorheide langsam regeneriert. Wenn er vollständig geheilt ist, wird ihn nichts davon abhalten, sein Werk der Zerstörung zum vollenden und Eosea völlig in Schutt und Asche zu legen. Ja, das darf nicht geschehen. Wir müssen also alles Lebenserhaltungssysteme abschalten, die Barmuthkörper langsam heilen. Ja, du hast viel geleistet. Dank deines todesmütigen Einsatzes sind bereits zwei Systeme zerstört. Doch zwei weitere arbeiten fort. Und abgesehen davon müssen wir auch seinen Jüngern vernichten, die ihn unablässig mit der Energie ihres bedingungslosen Glaubens nähern. Sogar die Spitze der siebten Legion, Ligatus Nalvandanus selbst, machte er zum einen seiner willigen Sklaven. Du hast sie besiegt, aber ihre Worte ließen keine Zweifel zu, dass noch unzählige weitere Besessene in den verschlungenen Schatten existieren. Ja, zum Beispiel mein Großvater. Alizea, er ist nicht mehr derselbe. Dieses Wesen ist nicht unser verehrter Anführer, der weise Louis war. Er kämpfte gegen den furchtbaren Drachen und musste sein Leben lassen. Was von ihm übrig ist, ist nur ein Schatten, der sich seinen Gestalt bedient. Eine böse Illusion, der du nicht glauben darfst. Ich weiß, was immer er jetzt sein mag, wir müssen ihn aufhalten. Wenn der einzige Weg zur Rettung Eoseas über seinen Tod führt, dann soll es so sein. Nur so kann ich die Erinnerungen an ihn in Ehren halten. Doch wir gelangen nicht einmal zu ihm. Die Wrackteile der übrigen Verteidungsschiffe dürften alle zusammenhängen. Aber wir finden einfach keinen Eingang, nicht einen kleinen Spalt. Vielleicht solltest du dich zusammen mit Seraphine nochmals auf die Suche machen. Vier Augen sehen besser als zwei. Und falls ihr euch tatsächlich Zutritt verschaffen könnt, so seid auch gleich bereit zum Abstieg. Verzeih, dass ich euch auf der Suche nicht begleite. Ich möchte indessen hier die Vorzeichen meiner bisherigen Gedankengänge im Gegenteil verkehren. Vorzeichen? Nun, ich bin mir dir in jedem Fall dankbar, wenn du weiterhin an einer Lösung forschst. Wir machen uns jetzt auf den Weg, ja? Du bist doch bereit, mich zu begleiten. Ich möchte an den zwei großen Dalamut-Fragmenten in Osttandalan und in Modona umsehen, ja? Die Stelle in Osttandalan, in der Nähe des Feuerwalds ist, viel versprechen. Lass uns dort beginnen. Du kannst schon vorausgehen und mit dem Mann sprechen, den ich für die Suche angestellt habe. Ein treuer Diener der Familie. Auf geht's. Ganz schnell. Ganz schnell. Ja. Amen. So, einmal schnell dahin. Ich habe einmal kurz zurückgeschrieben. Früher gab es ja noch keinen Schwierigkeitsgrad. Es gab einfach nur Savage, also schwer. Erst in Heaven Sword gab es dann Normal und danach Savage. Weil alle sich beschwert hatten hier, dass man so schwer die Geschichte nachspielen kann. Obwohl die Geschichte die Hauptgeschehnisse in der Arena Reborn begleitet haben. Und deswegen hat man alle Geschichten danach auch einen normalen Modus hinzugefügt. Also schon mit denen entwickelt natürlich. Deswegen hat aber auch Bahamut keinen normalen Modus. Deswegen musste ich ja auch jemanden fragen, ob wir geholfen werden können. Weil, ja, das müsste ich selber Level 90 oder 80 sein. Wahrscheinlich 90. Damit man es ganz alleine schafft. Aber so ist es ganz toll und Sheriffa kriegt erstmal ganz viele Kekse von mir. Zigtausende. Da stand gerade was, aber egal. Ich gucke gleich. Ich sehe mich nur die Gegend an. Moment. Hat dich etwa ihr die See geschickt? Natürlich habe ich. Nun, wie sieht es aus? Hast du was gefunden? Es ist mir auf... Es tut mir aufrichtig leid, Fräulein. Also sie, bisher fand ich keinen Eingang. Nicht einmal etwas, was für eine zägerliche Damen wie euch selbst groß genug wäre. Guckt da hinten. Dalamuts bruchstückt zum Greifen nah. Doch ihr seht zweifelsoß, dass diese Region überaus unwirtlich und von der Katastrophe entstellt ist. Was die Suche sehr erschwert. Wenn ihr mit mir die Erklärung erglaubt, diese Gegend muss von großen Etatern durchzogen gewesen sein. Deswegen sind beim Einstieg der Dalamuts so viele detan-denaturierte Kristalle entstanden, die nun zu unseren Leidwesen alle Ritzen und Felsspalten versiegelt. Was muss das für ein Schauspiel gewesen sein? Die Kräfte der Natur entfesselt. Itha schießt hervor und erstarrt den Bruchteilen eines Augenblicks zu glühen. Bizarre Information. Ähm, auf jeden Fall gibt es hier keinen Zugang, Fräulein Alizé. Hm, bitte such trotzdem weiter. Wir müssen einen Weg finden. Hier sieht es tatsächlich nicht gut aus. Die Kristalle überwuchern die ganze Oberfläche. Lass uns unser Glück lieber in Modona suchen, in singenden Scherben, ja? Verzeiht meine Einmischung, Fräulein Alizé, aber ich habe noch von einem Glockenschlägen mit euren Dienern gesprochen. Der, den ihr nach Modona geschickt habt. Auch er hatte bis dahin keine Spur eines Zugangs gefunden. Da riss plötzlich die Verbindung ab. Seither habe ich keine Nachricht von ihm. Ich hoffe wirklich, dass er nicht ein Oger in die Quere gekommen ist. Die sollen bei den singenden Scherben ja vorkommen. Was? Was? Sagst du mir jetzt erst? Wir müssen sofort zu ihm hin. Terafine, bitte hilf mir. Wenn er in Gefahr ist, kann ich ihn nicht davon alleine bewahren. Okay, ich komme mit. Wir müssen los. So. Wer zuschlagt, kommst du uns besuchen? Schreibt sich. Irgendwann komme ich die alle besuchen da. Ja. Nur wann? So. Auf jeden Fall Kekse werde ich backen und losschicken. Ich mache das. Sehr, sehr nett. Ich helfe dir, schnell. Was hast du hier gemacht? Vielen Dank, Abenteuerin. Ich habe den Hapaliten offensichtlich verärgert. Dabei hatte ich mich wirklich vorsichtig und leise bewegt. Es tut mir leid, dass ich dich in so eine gefährliche Gegend geschickt habe. Hat dir Hapalit irgendetwas getan? Ha, ha, ha. Hapalit? Wo, wo, wo? Puh. Ach, Vorlein Alize, bitte jagt mir doch nicht so einen Schrecken ein. Ich hatte da drüben gesucht, als mich ein Untier angriff. Dort. Ein Teil des Schiffes, beziehungsweise ein Teil von Dalamut. Es muss sehr tief im Boden stecken. Leider habe ich keinen Spalt gefunden, durch den man sicher ins Innere zwängen könnte. Und dann, naja, dann hat der Hapalit meine Suche beendet. Man könnte versuchen, möglichst tief hinunter zu graben, die Außenwand entlang. Aber dazu bräuchte man Maschinen, galerische Graber am besten. Aber so etwas steht uns ja nicht zur Verfügung. Kurz gesagt, ich glaube nicht, dass wir hier weiterkommen. Ganz abgesehen von der äußersten feindlichen Fauna dieser Gegend. Verflixt. Wir verlieren wertvolle Zeit, während sich Dalamut dort unten immer wieder regeneriert. Was sollen wir denn tun? Also ich meine immer weiter regenerieren. Oh, Rionji hier. Kannst du mich hören? Jedenfalls ist mir gelungen, Weg gefunden, um zu Barmut gelangen. Es ist besser zu treffen, kommt rasch zu seinem Fabrik. Verstanden, nördliches Tanalan. Ich glaube, er meinte Erdseilmfabrik. Aber ist alles sehr schwer hier. Er hat einen Weg gefunden. Dann nichts wie los zur Erdseilmfabrik, sagst du. Ja, hat sich so angehört. Also sicher bin ich mir nicht. Gut. Auf zur Erdseilmfabrik. Erdseilmfabrik. Äh, da unten Tanalan. Ich wollte schon sagen, ja, wo ist ein Tanalan hin? Such unten, unten im Süden, irgendwo. Na, 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 na. Perfekt, da hinten. Schnell hin da. Orion-G. Sag, was für ein Weg. Los. Es tut mir leid, euch an diesen entfernten Ort zu bemühen. Doch von hier aus werden wir in der Lage sein, den dritten Verkeilungshulk zu betreten. Was für ein Hulk. Und wo genau betreten wir ihn? Ich sehe gar kein Fragment deiner Mut, geschweige denn, ein Zugang dazu. Du hast vollkommen recht. Hier ist nichts zu sehen. Und dennoch ist dieser Ort mit Baramuts Schatten verbunden. Ich erinnere euch noch, dass ihr jedes Mal, als ihr in Baramut-Labyrinth eingestiegen seid, hierher teleportiert wurdet. Der Eterfluss schwemmte euch immer zum selben Ausgang. Und dieser Ausgang ist hier. In der Tat, ein Ausgang oder ein Eingang. Du meinst also, dass wir den Eterstrom in umgekehrte Richtung entlang reisen sollten, um wieder ins Innere von Dalamut-Wrackteilen zu gelangen. So ist es. Meine Messung zufolge gibt es nicht nur zwei, sondern unzählige verzweigte Pfade, sodass unweigerlich auch ein Weg zu dem Abschnitt führen muss, den ihr betreten wollt. Und mit Hilfe angewandter Schalajana-Eter-Wissenschaften ist es mir gelungen, einen einfachen Zugangspunkt zu dem Netzwerk einzurichten, über den ihr dorthin reisen könnt. Aber Orion-Jee, das ist ja phänomenal. Du bist ein Genie. Aber warum hast du mir das denn nie etwas von dieser Möglichkeit erzählt? Du musst ja schon die längste Zeit daran gearbeitet haben. Das Lob gebührt mir nicht. Ich wurde gewissermaßen wie von selbst zu dieser Lösung hingeleitet. Ich tat nichts weiter, als versprengtes Wissen zu einem Ganzen zusammenzufügen. Das verstehe ich nicht. Wer sollte ich denn geleitet haben? Es sind doch nur wir drei, die an der Erforschung der verschlungenen Schatten arbeiten. Du, ich und Zervoraphine, oder wer? Manchmal weiß ich nicht wirklich, wie ich deine rätselhaften Aussprüche deuten soll. Die Hauptsache ist aber, dass wir zu Barmuth hinabsteigen könnten. Rasch zu Dallamuths Clown. Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren. Okay, los, lauf. Auf geht's. Auf geht's. Da sind wir. Gehen dann sofort gleich rein. Ja. Das ist der Zugangspunkt zu den Eteriten-Netz. Aber was haben denn die Leute von der Legion dazu mitzuschaffen? Wichtiger als ihr Zugehörigkeit zur Legion ist eher die zum Haus Leveilleur. Auch du greifst doch gelegentlich auf die Hilfe unserer Familie zurück, nicht wahr? Ah, Alphino, was machst du denn hier? Ja, dass ich hier bin, ist weiter nicht erstaunlich. Ich war es, der Orion-G vorgeschlagen hat, die Eterbahnen für einen inversen Teleport in den Verkeilungsschiff zu nutzen. Und ich habe auch die technischen Anlagen bereitgestellt. Aber bevor du mir Vorwürfe machst, ich habe nicht vor, die Politik ins Spiel zu bringen, die du so verabscheust. Ich bin sogar deiner Ansicht, dass es in dieser Angelegenheit besser ist, die Staatsstaaten nicht zu involvieren. Wenn Bahamut allerdings wirklich schon so weit regeneriert ist, müssen wir ihn unschädlich machen, so schnell es geht. Bitte betrachte meine Hilfe beim Errichten des Eter-Netzes als Unterstützung deines Vorhabens als Einzelperson, nicht als politische Einmischung. Orion-G, warum hast du Alphino etwas von unserer Mission gesagt, hm? Verzeiht mir, Alizé, aber ich dachte, es wäre ratsam, auch Alphino einzuweihen. Schließlich hast du vor, dich Louis Ward entgegenzustellen. Mag er auch nur noch Bahamuts Marionette sein? Er war einst dein Großvater. Euer Großvater. Ich dachte, Alphino habe das Recht, davon zu erfahren. Nun, jetzt weißt du, wir wollen unseren besessenen Großvater finden und töten und Bahamut seinen Willen kontrolliert dazu. Versuch ja, nicht mich aufzuhalten. Ich werde Großvaters Willen erfüllen und Eosea auf meine Weise beschützen. Bleib du ruhig bei deiner Politik. Alizé, Großvaters Willen, wann fängst du endlich an, für dich selbst zu denken? Ich kann sehr wohl für mich selbst denken und weißt du, was ich denke, dass ich Eosea retten muss? Zu welchem anderen Schluss sollte ich denn da kommen? Das war Großvaters Ziel. Es ist meines und es ist auch dein Ziel. Dazu sind wir beide doch überhaupt erst nach Eosea gekommen, falls du dich änderst. Ja, natürlich, eben. Deswegen bin ich ja auch hier. Aber was ich sagen will ist, auch wenn das Ziel zufällig dasselbe sein mag, musst du dir klar machen, ob es deinem eigenen Wunsch entspringt oder ob du es nur Großvaters Worte nachbetest. Wenn es dein eigener Wunsch wäre, dann konntest du präzisieren, was es eigentlich ist, das du beschützen willst und warum. Großvater konnte es bestimmen. Doch du kannst es nicht. Lass uns diese Diskussion ein anderem Mal führen. Jetzt ist viel wichtiger, Barmuth vorzudringen, denn wie du sagtest, haben wir in dieser Hinsicht dasselbe Ziel, auch was unsere besessenen Großvater betrifft. Aber ich werde mitkommen. Ich bin ebenso löst, zwar das Enkel klingt wie du. Ich will ihn noch einmal sehen, ja. Na gut, aber wir haben die Mission begonnen, also überlasst uns die Führung, klar? Einverstanden. Auf geht's! Hi, Cloud, 23 Uhr. Ja, 200.000 Kekse. Oh nein, schnell! Hey, Alize, ich bin Erkenrad und habe den provisorischen Etherit installiert, der euch ins Innere des Verkeilungsschiffs bringen wird. Von unserer Seite ist es soweit alles bereit. Ihr könnt in Ethernetz einsteigen, sobald ihr die nötigen Vorbereitung getroffen habt. Ich werde in der Zwischenzeit alles vorbereiten. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Fliegen. Fliegen. Es sind doch nur die letzten vier. Aber da kommen wir jetzt rein, hoffentlich. Ah, du bist fertig zum Einstieg. Eifel und alle, sie kommen wohl gleich. Nur kurz zur Erklärung. Dort unten ist alles miteinander verbunden. Unsere Messungen zufolge führen Eterbahnen in die Fragmente in Osternland und Modona. Und in allen möglichen Richtungen. Wir werden versuchen, euch an einen Punkt möglichst weit im Inneren zu schicken. Sodass ihr euch viel Weg erspart. Wie es an dem Zielpunkt aussieht, können wir aber nicht sagen. Ihr müsst auf alles gefasst sein. Du warst ja schon mehr als einmal im Inneren. Und weißt besser als ich über die Gefahren Bescheid. Ich kann nur dafür sorgen, dass der Teleport reibungslos funktioniert. Zuerst schicke ich euch in einen Abschnitt unter des Einschlagortes in Osternland. Viel Erfolg! Auf geht's! 3, 1, 3, 2 und 3, 3, 3, 3, 4. Schnell! 10.000 vier Kekse und sowas. Okay, so viel wahrscheinlich nicht. Aber Kekse backen. Ich schicke die auch. So sieht es also im Inneren aus. Ja. Ja, wir sind drin. Der Teleport hat tatsächlich funktioniert. Die Verteidigungssysteme sind in Kraft, Serra. Ich fürchte, es wird nicht einfacher werden als die letzten Male. Wir müssen auf alles gefasst sein. Wir müssen uns durch zwei Verkeilungsschiffe kämpfen. Wenn wir beide Kommandobrücken unter unserer Kontrolle bringen können, können wir es schaffen, alle Systeme abzuschalten, ja? Schnell, lass uns keine Zeit verlieren. Bist du bereit? Auf geht's! Was sind das nur für Behältnisse? Solche haben wir doch schon mal irgendwo zuvor gesehen, oder? Ich denke, es könnte Nährbehälter für Chimian sein, aber man kann nichts erkennen. Ich dachte, wir sollen uns beeilen. Womöglich ist es ein Abwehrsystem. Wir müssen aufpassen, ja? Sie hasst Alphino, oder? Warum bist du hier? Ein Schnippel. Mach auch nur einen Kommentar und ich hau dich hier raus. Das hat sie gerade gedacht. Zu Alphino wahrscheinlich. Attacke! 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 Ich liebe trotzdem die Musik... Was kommt da an? Angeflogen. Aua! Schneller! Da kommt doch bestimmt wieder welche von hinten. Aua! Wieso werde ich denn angehauen? Böse. Böse Mops. Hallo? Ich wollte schon sagen, ich darf nicht mit. So. Perfekt. Auf geht's. Sieht ja aus wie bei Final Fantasy 7 hier. Okay, die Behälter sind größer. Hi. Aua, 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 Aua. Ich werde wieder sterben. Au. Au. Muss man vielleicht hier drin stehen? Egal, ist tot. Yay! Geschafft. Ein Riesen-Curl war das oder so. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Ich mache einfach mal nur Gier jetzt. Und raus und wieder rein. Und alles aktiviert. Sieh dich mal um. Drachen in Behältern waren also beileibe nicht nur Schimären. Ne, waren nicht nur Schimären. War alles. Aber so viele, dass die Allager mit ihrer Technologie imstande waren, den Willen der Drachen zu kontrollieren, wussten wir ja. Schließlich haben wir die Halsbänder selbst gesehen. Aber das hier... Aber wozu haben sie ihre Feinde in Dalamut eingesperrt, um Barmut vor möglichen Angriffen zu schützen, wären doch künstlich gezüchtete Kreaturen wie die Schimären ausreichend gewesen, oder? Alizee, gestatte mir mal eine Frage. Du weißt doch, wie ein Prima-E-Beschwörung funktioniert. Große Mengen von Äther-Energie und schadenbedingungsloser ergebene Anhänger, die ihren Gott mit innigen Gebeten erscheinen lassen. Wer, denkst du, war das in Barmuts Fall? Alle Drachen. Niemand. Barmut ist kein Gott ohne Gläubige. Er hat ein Volk, das ihn verehrt. Also er hat kein Volk. Zumindest ist mir keins bekannt. Nael sprach zwar von Barmut und seinen Lieben, aber ich dachte damit, meinte sie die mörderischen Kreaturen, die Barmut mit seinen Willen beeinflusste. Vielleicht gibt es ja noch andere Besessene außer Ihnen und Nael und unseren Großvater, aber guck dich doch um. Aber ja, das muss es sein. Wie konnte ich das nicht sehen, wo es doch so offensichtlich war, allein schon Barmuts Ähnlichkeiten mit diesen Drachen. Barmut wurde ursprünglich von den Drachen längst vergangener Zeit beschworen. Sie waren sein Volk, seine Anhänger, nicht wahr? Und du lässt mich rätseln, obwohl du es schon längst weißt. Was? Die Allager haben Barmut als Dalamuts Kern verwendet, um ihn dort für ihre Zwecke zu konservieren und am Leben zu erhalten. Und am Leben gehalten wurde er von seinen Drachen, die sie mit ihm gemeinsam einkehren hatten. Grausam! Ja, sollte Barmut durch unvorstellbare Umstände zugrunde gehen, eine fatale Fehlfunktion, einen Angriff von außen, könnte er jederzeit wieder beschworen werden. Und solange seine Jünger existieren, hätte sie das auch getan. Schließlich war er ihr Gott. Die Allager wussten das und hielten die Drachen am Leben, um Barmuts Kräfte zu speisen. Ein nahezu perfektes Selbsterhaltungssystem zur Energiegewinnung konzipiert und umgesetzt mit überragender allergischer Technologie. Heute könnten wir etwas Vergleichbares niemals vollbringen. Das meinst du ja wohl nicht im Ernst. So etwas Grausames würden wir heute auf gar keinen Fall mehr tun. Kein Wunder, dass Barmut sich für all das rächen wollte. Aha, jetzt kreuzt du also gegen den Allagern. Tu nicht so, als ob du über den Dingen stehen würdest. Du zynischer Besserwisser. Und dass ich unser Ziel vergessen würde, brauchst du auch nicht zu glauben, ja? Es muss sein, auch wenn sie mir leid tun. Wir müssen auch alle Drachen hier unten vernichten, um Barmut endgültig zu zerstören. Die Lebenserhaltungssysteme sind bestimmt gekoppelt. Wenn wir das System abschalten, das Barmut regeneriert, sterben sicher auch die Drachen in den Nährbehältern, oder? Vermutlich. Schnell. Das war 1, 1, 3, 2. Schnell weiter. Schnell. Hoffentlich wird das nur so ein Lücken schnell durch. Dann hätten wir noch 3 und 4 und dann sind wir durch. Sind wir jetzt auf Dalarmut, ja? Oder in Dalarmut. Regenerationssektor, 6835 Alme, tief. Abgemessen mit meinen Schritten. So, einmal hier weiter. Schnell. Schnell. Da sind wir ja perfekt. Ich warte lieber, bevor ich wieder den Boden kütze. Zum Glück geht das so zweitstellbar vor. Das ging nicht. Ich warte lieber, bevor ich wieder den Boden kümmern, würde ich sagen. So. Weiter nach links, würde ich sagen. Da müssen wir, glaube ich, gleich da sein, hoffentlich. Bitte. Wo bin ich denn jetzt hingeflogen? Ja, äh, was? Ach, er stimmt ja. Ach, wir haben die andere, die andere Seite, ne? Kommt man hier noch zurück? Sind ja sonst immer zwei Gruppen, ne? Wo sind wir denn? Wir waren links, ne? Jetzt müssen wir rechts lang. Also eine Achtergruppe, aber man hat sich auf vier. Wie heißt es? Auf vier verteilt, ne? Dann geht's jetzt rechts rum. Müsste doch so sein. Ja, okay, gut. Hier sind... Hätten wir ja sonst gemerkt, dass ein Gegner... Bam! So. Nice, dann hätten wir das auch. Cool, von beiden Seiten. Dann kann man jetzt hier drauf und dann sind wir beim Gegner. Nice. Einmal durchrennen. Einmal durchrennen. Wirklich sehr, sehr, sehr nice. Kaliya. Ein Drache... Ein weiterer Drache von Dala... Also von Bamut Jüngern. Ein... Eً. Eiyyyy! ... ... Hier gab es doch irgendwo eine Abkürzung, ne? Vielleicht müssen wir auch die Phase abwarten. Das Problem ist, wir können aber nicht weiter ziehen, ne? Da sind drei Stück. Das Sparrow fällt, ich gehe mal an die Seite. Das war's. Das ist Okay doch noch geschafft Ich dachte schon Ja geschafft Ich dachte vielleicht kann man das hier nicht zu zweit schaffen Aber wir haben es geschafft Sheriff kann alles Da muss ich sehr viel Sehr viel muss Kann ich gar nicht ausdrücken Wie dankbar ich bin Außer damit Ich passe auf alles So Schnell weiter Ich hoffe die nächsten Kommen wir auch zu zweit machen Dieser Bereich Ja ein Modell Von Bahamut So muss es sein In seinem Inneren ausgesehen haben Bevor es zerstört wurde Achso Alfinu war das Das war also der immer gleiche Anblick Den Bahamut für Jahrtausende So vor Augen hatte Gefesselt von den Apparaturen der Allager Den Schlechtern seines Volkes Und er ein Gott Der den Seinen nicht verhelfen konnte Ja Der von den Erzfeinden benutzt wurde Um Energie für sie zu generieren Dieses Volk vernichten Das muss sein einziger Gedanke gewesen sein Der ihn nie verließ Und das war es auch Was er Nail Vandanus befahl Welch grenzenloser Hass Muss in ihn gelodert haben Und muss noch immer in ihm brennen Wir dürfen ihn auf keinen Fall ausbrechen lassen Ja Dann lassen wir schnell weiter Aber nicht nur Bahamut kann hassen Ich kann es ebenso Alisio Das hätten wir auch fertig Noch zwei Hoffentlich geht das Hoffentlich wird er schnell besiegt werden können Ansonsten müssen wir die Phönixe Das war doch der Phönix Oder Ah ne erst kommt Bahamut Okay Und das vertonen Cool Brauch nichts sagen Ja Es geht noch schneller Kommando Brücke 8872 Was für eine überwältigende Größe Wenn ich mir vorstelle Dass Großvater diesem Monstrum entgegentrat Er hat sich schon viel weiter regeneriert Wir müssen die verbliebenen Lebenserhaltungssysteme schnell abstellen Großvater Nein Das bist du nicht Du bist ein Sklave von Bahamut Ein Trugbild das nur durch seinen Willen lebt Ungerecht und böse Ich habe euch doch gewarnt Erneut hierher zu kommen Und ungerecht Was wisst ihr schon von Recht und Unrecht? Genug um zu erkennen Dass wir kommen mussten Unrecht ist es Gerade fünf Jahre blickst du zurück Und meinst alle Ursachen zu kennen, mein Junge Lass mich dir von Gerechtigkeit erzählen Es war am Ende der dritten Ära des Lichts Die Allager überfiel Merasidia, den südlichen Kontinent Brutal und gnadenlos nahmen sie sich das Land Das Land, das den Drachen gehörte Die Überrannten riefen ihren Stammvater an Bahamut Der durch die Macht ihrer Gebete in einen Gott verwandelt zurückkehrte Doch das Unrecht endete nicht Im Gegenteil Ihr wisst, was die Allager dem Gott der Unterdrückten antaten Die Fesseln, die ihn hier banden Sind das Zeugnis ihrer unsäglichen Grausamkeit Ich rief die Zwölf an Um die siebte Katastrophe zu verhindern Ganz recht Was unterscheidet meine Tat also von dem Was die Drachen von Merasidia taten Weshalb werden sie verdammt Während man mich glorifiziert Der Glaube der fünf Völker an ihre eigene Überlegenheit Macht sie blind für die Gleichartigkeit der Beweggründe Und für die eigene Tyrannei Solange diese Völker existieren Kann der Hass der Drachen nicht gestillt werden Also müssen die ausgelöscht werden Bei denen das Unrecht seinen Anfang nahm Das ist Gerechtigkeit Hör auf! Großvater würde nie so etwas sagen Er wollte die Völker Eoseas immer retten Er glaubt an ihre Stärke Dass sie gemeinsam gegen die Dunkelheit kämpfen können Das Gute ist in uns Und weil ihr euch nicht versteht Entfacht ihr Kriege Und zeichnet die Geschichte mit den Narben blutiger Tragödien Sogar ihr beiden Die ihr vom selben Fleisch und Blut seid Seid uneins Ihr schreibt euch den hochtrabenden Anspruch auf die Fahnen Eosea zu retten Und denkt dabei doch nur an eure eigenen Ziele Nichts unterscheidet euch von den Allagern Dass ich euch die Zwillingsgrimoires anvertraute Um euch einander näher zu bringen War wohl ganz und gar vergebens Was uns Geschwister betrifft, hast du vielleicht recht Aber zu hören, wie der weise Louisois die Verkommenheit der Eosea anprangert Klingt sehr befremdlich Setzt du dich so für die Drachen von Merasidia ein Weil dein Geist von Bahamut beeinflusst ist? Oder liegt es daran, dass du selbst zu einem höheren Wesen geworden bist? Was? Oh, dieser Gedanke ist dir also schon gekommen Wofür ich betete und wozu ich wurde Das sind die Schlüssel, die zur Wahrheit von Eoseas Wiedergeburt führen Wenn du sie willst So musst du sie mit Gewalt ans Licht sagen Töte den Gott, zu dem ich geworden bin Und entwinde sie ihm Er wurde zum Phönix, okay Ist er etwa ein Primae? Ja Da musst du Scherifa fragen Die macht das Okay Ich will nichts abkriegen Aua, 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 aua Cool, dass das so schnell ging Also ich meine, der Kampf jetzt an sich Eif nur und so haben wir dann gebraucht Aber war eine spannende Geschichte Auf geht's Ich geh schnell raus Damit es weiter geht Da kommt bestimmt noch was Nun habe ich meinen Großvater wirklich verloren Aber es ist besser so Alizé, ich bin hier Großvater Gut gemacht, meine Krieger des Lichts Dank euch ist der Schrecken endlich gebrochen Und ich kann meiner letzten Stunde Mit klarem Geiste entgegensehen Dann bist du es wirklich, lieber Großvater Großvater, bitte vergib mir meine Anmaßung Ich wollte nicht respektlos sein Ach, mein Alfino Vergeben Vielmehr bin ich stolz auf dich Du hast die richtigen Schlüsse gezogen Und erkannt Was ich geworden war Ich habe euch armen Kindern so viel abverlangt Wenn jemand um Vergebung bitten muss So bin ich es Großvater, was war das für eine Gestalt Sag uns doch, was bei der siebten Katastrophe passierte Ja Ja, natürlich Ihr habt viel auf euch genommen Um die Wahrheit zu hören Als sich die Galea und die Eorseeische Allianz Vor fünf Jahren auf der Karte Noah Heide gegenüberstanden Geschah das Unglück Der rote Mond Dalamut stürzte vom Himmel Und gab Bahamut frei, der in seinem Inneren gefesselt war Ich beschwor die Zwölf, um einen Käfig aus Äther bilden zu können Und den furchtbaren Drachen erneut zu fesseln Aber ich hatte ihn unterschätzt Seine Kraft war zu groß Und sein Zorn ohne Grenzen Der Käfig brach Mit der Kraft, die mir verblieb Schickte ich die Hoffnung Eorseas an einen Ort außerhalb der Zeit Und erwartete meinen Tod Okay Einfach eine Katzein Und ich bin ruhig Und ich bin ruhig Alter, noch lauter. Einfach durchbar, gut geschossen. Und dann wurde er zerstäubt. Zur Äther. Das ist schon krass. Nach all der Zeit und sowas und am Ende des Raids das zu sehen. Okay, ich habe jetzt schon wieder Pipi in die Auge. Oh Mann, ey. Jedes Mal, wenn man das sieht. Aber so wurde Eosea gerettet. Ach, man muss das so emotional sein. Doch ich starb nicht. Als der Käfig zerbarst, wurde eine riesige Menge von Äther frei. Diese enorme Wolke der Energie reagierte auf die inbrünstigen Gebiete der Eosea, dass die Welt nicht vergehen, sondern neu erstehen möge. Und ihre Kraft übertrug sich auf mich, der ich im Zentrum der Katastrophe stand. Ich wurde zur Verkörperung des Phönix, des uralten Symbols der Auferstehung. Derart mit übernatürlichen Kräften ausgestattet, gelang es mir, Bahamut zu überwinden und der Äther, der seinen Leib gebildet hatte, zerstorb und floss in den Planeten zurück. So begann die Regeneration des geschundenen Landes. Erschrocken von meiner eigenen ungeahnten Kraft versuchte ich, den Äther des Phönix in den Boden zurückzuleiten, bevor ich gänzlich zum Primae wurde. Doch zu früh, Bahamut war noch nicht völlig besiegt. Er erfasste mich und verschlang mein Halb-Primae gewordenes Selbst. So blieb ich in seinem Inneren gefangen, bis jetzt, unfähig, meine Kraft ganz aufzugeben oder mich Bahamuts Willen zu widersetzen. Ein Primae, besessen von einem noch stärkeren seiner Art. Dann hat Bahamut die Kraft aufgesogen, die wir alle aufgebracht hatten, um ihn zu besiegen? Welche Ironie. Der Äther hielt seinen Zerfall auf. Das würde erklären, warum Teile seines Körpers noch immer erhalten sind. Und es erklärt auch, warum die Landschaft so grotesk entstellt wurde. Weil Bahamut den Äther daran hinderte, in den Planeten zurückzufließen und die Wunden zu heilen, die seine Klauen ihm gerissen hatten. So ist es. Bahamut saugte gierig allen freien Äther auf, der noch vorhanden war. Damit begann er, seinen Körper zu regenerieren. Und doch ist er noch immer nicht vollständig. So ist es. So ist es. So ist es. Und wenn er nicht getötet wird, wird er mit ihrer Hilfe immer weiter erstarken und eines Tages Rache üben. Es mag scheinen, als steckten die Bruchstücke Dallamuts kalt und verlassen im Boden. Doch in den fünf Jahren seit der Katastrophe suchten sie unter der Oberfläche grabend nach Bahamut, ihrem Schutzbefohlenen und entflohenen Gefangenen. Und wie ihr gesehen habt, fanden sie sein Herz. Du darfst nicht zulassen, dass es gelingt. Es geht nicht darum, wessen Untaten damals den Krieg entzündeten, sondern welches neue Unheil Bahamuts Erwachen zur Folge hätte. Das ist meine letzte Bitte. Bewahre Eosea und führe das Land in eine Zukunft, in der es sich zu leben lohnt. Auf jeden Fall. Auf geht's. Dieser Weg führt dich zum letzten Verkeilungsschiff und seinem Lebenserhaltungssystem. Geh, auf das Bahamuts bedrohlicher Schatten für immer von unserer Seele genommen werde. Alfino, Alize, kommt her zu mir. Okay. Das ist schon traurig. Ab jetzt dürft ihr eure Hoffnungen und Träume nicht mehr von den meinen abhängig machen. Sucht selbst danach, was diese Welt so wertvoll macht. Und dann verteidigt es mit all eurer Kraft. Ja. Wird ihr das für mich tun? Ja, Großvater. Ich habe es bereits zu meiner obersten Pflicht gemacht, alles zu tun, um das wiedergeborene Eosea fortbestehen und blühen zu sehen. Alize, auch wenn Bahamuts Wille mich beherrschte, tief im Herzen habe ich deine Stimme gehört, als du sagtest, ich hätte stets fest an Eosea geglaubt. Du klangst so entschlossen, voll aufrichtiger Überzeugung, als sprechest du über dich selbst. Du bist durch so viel Schmerz und Zorn hindurchgegangen. Vielleicht hast du schlussendlich dieses Unersetzliche, diesen Wert, schon in dir gefunden. Na. Geh mit ihnen. Bring diesen Kampf zum Abschluss, Alize. Du kannst es. Ich weiß es ganz bestimmt. Genau, lass uns los. Schnell. Oh nein. Ich verspreche es. Und ich werde dich nie, nie vergessen. Arme Alize. Ich verspreche sie. Einst gab es eine Kunst, den Äther zu sammeln, der beim Tod eines Primae fließt, um seine Kraft später selbst zu nutzen. Ich bin zwar kein Primae, aber ich möchte euch alle Stärke mit auf den Weg geben, die mir verblieben ist. Meine lieben Kinder, möge eure Zukunft hell und gut und vom Licht gesegnet sein. Ich möchte euch nur Zeit und von euch, die mir machen. Ich werde dich nicht allein packen und den Tag verspreche ihn nachher mit dem T Bosch. Ich habe dich nicht immer mit dem Tür. Lass uns zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Ja, und ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Zugangspunkt. Okay, das ist der Zugangspunkt, also den nächsten schnell. Und dann war es das. Oh. 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 Ich habe es versprochen. Gut. Sucht selbst danach, was diese Welt so wertvoll macht. Und dann verteidigt es mit all eurer Kraft. Werdet ihr das für mich tun? Ja, Großvater. Ich glaube, ich habe die Antwort schon gefunden. Jemand hat mich bis hierher gebracht. Eoseas Klinge des Lichts. Immer entschlossen, eine Bresche in das Dickicht der Dunkelheit zu schlagen. Ich habe gesehen, zu welch großen Taten man fähig ist. Und zu denen auch ich fähig bin. Bahamut, du wirst uns nichts mehr nehmen. Unsere Heimat hast du verwüstet und uns so viele genommen, die uns wichtig waren. Okay, das war cool. Gänsehaut. Endlich sprichst du aus eigener Überzeugung, Alizé. Lass uns unsere Kräfte vereinen. Denn in diesem Moment haben wir wahrhaftig dasselbe Ziel. Zu viel Gänsehaut, okay. Was passiert hier schon wieder? Alles klar, das hatten die die ganze Zeit dabei. Okay. Für die Zukunft, Eoseas. Okay. Ich komme. Los. Schnell. Wer waren die anderen sechs? Da waren doch noch mehr. Okay. Okay. Die anderen waren nicht mehr da. Okay, gut. Diese Musik. Noch mehr Gänsehaut bei dieser Musik, ey. Dieser Kampf. Ich will kein Gigaflare. Ich will kein Gigaflare. Ja. Ich will kein Gigaflare. Diese Musik. Oh, Barmuth. Dive. Ich dive. Ist für mich zu stark, der, äh, alles. Aua, das tat wie Ich habe ein Elixier Ich setze mein Elixier ein Irgendwo kommt doch bestimmt noch Achso, noch mehr Nee, die will ich nicht mehr haben Hier ist ja alles viel zu stark Aber cool Ich glaube damals hat man hier Die ganze Steine Ausrüstung Plus Handwerker Ausrüstung Und dann ging es ab Und man hat es nicht so schnell alles besiegt Also man hatte Zeitdruck Jetzt wartet man ja hier Aber die Musik Da war ja auch Einmal so, einmal so So Einmal Smintania weg Oder den Sturm Mericidia Und dann ist hier sowas Wo man drinnen stehen muss Okay, vielleicht muss man doch erst noch ein paar Ads töten Aber dann gleich hier drinnen stehen Hier steht ja Ausgeteilter Schaden ist verringert Aber Ihr werdet es gleich sehen Pass auf Okay, noch ein paar Ich dachte der Schaden ist stark verringert Sheriff Also egal Das interessiert mich nicht Tod Einfach andere Trotzdem noch umgebracht Die Diven echt nochmal hier rum Barhamud kommt von der Seite Und Jetzt aber Da kommt Barhamud Und die Musik Ich will nicht sterben Es hat keinen Sinn Was ich mache Es sah aber cool aus Und dann Wurde Barhamud Stärker Und somit Hat es ein Ende gefunden Aber die Musik Ne Nice Einfach toll Die Musik Jetzt muss ich hier nach Gleich erst mal 10.000 Keksebacken geben Und ganz viel Danke sagen Und drücken Und Lasst alle auf YouTube Und auch hier Liebe für Scherifer da Und Wir lassen auch ganz viel Liebe Ich schreibe kurz Wenn einer fragt Warum ich so leise bin Ich schreibe kurz Ich schreibe kurz Weil ich hier das persönlich Machen wir dann Wo ist denn das da Umarmung Ganz viel Umarmung Ganz viel Umarmung Danke 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 Das kann ich nie wieder gut machen Danke 10.000 Kekse Wir haben so ich habe noch nicht gesagt wann dieses jahr muss ich gucken aber ja wenn ich dann vorbeikomme koche ich kekse schicke ich erst mal dann wie viele tausend zehntausend oder 20.000 nein danke 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 dafür sehr sehr viel lieben dank und hätte ich das heute nicht schaffen und die diese tolle geschichte erleben können mit allen anderen auf youtube mit kida fei hier hoffentlich und wer sonst noch im modus rumguckt klaut der auch gleich ins bett da weiß ich nicht aber eines bleibt noch zu tun so damit steht bahamuths herz still und auch merassidias drachen werden endlich ruhe finden Untertitelung des ZDF, 2020 Das Herz-Barmut löst sich auf. Was für Geräusche. Schnell raus hier. Das ist unheimlich. Es ist vollbracht. Er ist wirklich vernichtet. Du hast also gewusst, in was sich Großvater verwandelt hatte? Nicht mit Sicherheit. Ich hielt es aber angesichts der Indizien für wahrscheinlich. Bei der Schlacht von Kartenot bot sich ein Bild unbeschreiblicher Verwüstung. Die Verzweiflung der Eorzea kannte keine Grenzen. Und im Himmel stand eine riesige Wolke aus Äther. Äther und innige Gebete. So werden Primae geboren. Ich brauchte nur eins und eins zusammen zu zählen. Und mir hast du alles verheimlicht. Deswegen also hast du es für so gefährlich gehalten, dass ich Großvater retten wollte. Deshalb bist du mitgekommen. Du hast befürchtet, dass meine Zuneigung zu Großvater mich beeinflussbar machen könnte. Und womöglich hättest du mich sogar mit eigenen Händen aufgehalten. Nein, es tut mir leid, Alizé. Ich wollte dich nur beschützen. Aber ich hätte nicht an deiner Stärke zweifeln dürfen. Eines möchte ich doch noch wissen. Was wirst du nun tun, jetzt, da du die Wahrheit über die siebte Katastrophe endlich herausgefunden hast? Dass die Eorzea unwissentlich ein Primae beschworen und dieser die Wiedergeburt des Landes herbeiführte? Wenn die Leute das erfahren, rufen sie Phönix unmöglich wieder um Hilfe. Jeder Akt der Beschwörung zehrt an Heidelins Kräften. Phönix würde Eorzea schlussendlich nicht heilen, sondern schwächen. Niemand darf von ihm erfahren. Großvater würde vollends zum Primae werden und das Land auslaugen, das er zu retten suchte. Alizé, deine Zuneigung zu Großvater war der Schlüssel, der die Wahrheit der siebten Katastrophe offenbarte. Aber Schlüssel sind nicht nur dazu da, Türen zu öffnen, sondern auch dazu, eine Wahrheit wegzuschließen, die besser unentdeckt bleibt. Die Tür zur Wahrheit über Großvater und Bahamut muss sich hinter uns für immer schließen. Also darf das keiner wissen. Sei unbesorgt. Diesmal ist den Eorzean besser gedient, wenn sie die Wahrheit nicht erfahren. Sonst würden sie wieder ein Primae rufen in Großstern. Und Bahamut ist vernichtet. Was wollen wir mehr? Vermutlich. Aber weiß auch keiner, dass Bahamut noch da war und Eorzea verwüstet hätte können. Aber okay. Alles im Geheimen. Nur die Abenteurer wissen, dass die das weitererzählen. Mhm. Anderen Abenteurer. Okay. Nur schelle ich den Bund der Morgenröte. Yay! Top. Bin dann... Achso, ist schon draußen. Okay. Wir machen hier noch zu Ende. Für immer begraben. Alle sind unbeschadigt zurückgekehrt. Puh. Ich bin wirklich froh, wieder draußen zu sein. Selbst die äther schwörende Luft hier ist mir lieber als der verschmorte Maschinengeruch und die überall lauernde Gefahr da unten. Ich werde mein Versprechen halten. Von dem Geheimnis der siebten Katastrophe wird niemand je etwas erfahren. Natürlich sollten wir die Stadtstaaten aber informieren, dass die Gefahr unter der Einschlagsteile gebannt ist. Sonst steht womöglich selbst jemand nach und findet mehr heraus, als er sollte. Und ungefährlich ist das dort unten ja auch nicht. Jetzt noch nicht. Der Bereich um Bahamuts Clown sollte am besten abgeriegelt werden. Aber als allererstes sollten wir uns bei Orion-Jee zurückmelden. Dann sehen wir in der Erdseilmfabrik nach, ob er noch da ist. Okay. Auf zur Erdseilmfabrik und alles abschließen. tipptipptipptipp dann haben wir das nächste mal nur noch die hauptgeschichte ach nee die allianz kommt auch noch aber das können wir auch alles so machen es gibt noch den allianz raid den mann mit randoms machen kann und dann die Hauptgeschichte. Bis wir die durch haben. Dann kommt Heavensward. Ich freue mich schon. Was für eine epische Geschichte heute. Ah, was für eine Erleichterung. So ist die Hoffnung Euseas wieder zu uns. Vermochtet ihr das Licht in die unseligen dunklen Gänge und in die Umstände der Katastrophe zu bringen? Ja, wir haben Licht ins Dunkle gebracht. Wir sind zurück, Orion-Jee und Barmuth ist vernichtet. Es ist vorbei. Euseas ist endlich in Sicherheit. Alizea, Alfino, wie seht ihr denn aus? Seid ihr verletzt? Man möchte meinen, ihr hättet Barmuth mit euren bloßen Händen angegriffen. Ja, haben wir sozusagen. Wenn euch etwas zustieße, könnte ich mir das nie verzeihen. Was habt ihr dort unten alles erlebt? Was hat sich zugetragen? Ah, nichts Besonderes. Keine Sorge, Orion-Jee. Unsere Schrammen sind schon fast wieder verheilt. Auch das haben wir sicher zu einem guten Teil Großvater zu verdanken. Meister Louis-Jee, dann konntet ihr ihn sehen und Barmuth ist besiegt. Wir werden dir alles in Ruhe erzählen, aber zuvor ist eine Sache noch wichtiger. Da der Drache vernichtet ist, müssen wir die Einschlagstellen absperren lassen, sonst bringen sich Neugierige womöglich noch in Gefahr. Und wir müssen den Staatsstaaten sagen, dass die Bedrohung aus der Welt geschafft ist. Oh nein, dass da unten rein gar nichts Interessantes ist. Nur gefährliche Maschinenteile, diplomatische Briefe schreiben, dauert zu... Diplomatische... Gut, morgen. Diplomatische Briefe zu schreiben, dauert zu lange. Pardon, ich bin schon noch immer so aufgewühlt. Am besten brechen wir gleich auf und erzählen es den Anführern selbst. Warte, solche Dinge kannst du doch mir und Orion-Jee überlassen. Du solltest dich nach all den Strapazen erstmal ausruhen. Aber warum denn? Mir geht's doch noch wieder gut. Du willst die Sache doch nur nicht schon wieder für deine politischen Schachzüge nutzen. Immer hast du solche Hintergrundgedanken, Alfino. Also wirklich? Nein, was denkst du denn schon wieder? Das hatte ich gar nicht vor. Hm. Alizé, dein Bruder möchte dir doch nur deine Bürde erleichtern. Diplomatie ist doch meine Spezialität. Ein paar Briefe zu schreiben und Gespräche zu führen, macht mir gar nichts aus. Du musst dich nicht anstrengen. Und ich kann das mit Leichtigkeit. Gehen wir, Orion-Jee. Wir fahren mit der Kutsche. Da können wir alles durchsprechen, ja? Und ich erzähle dir alles. Gut, ich bin dann auch mal weg. Hi, Fino. Wir haben doch dasselbe Ziel, nicht wahr? Aber natürlich, was wir erlebt haben, mag so vielleicht nie mehr geschehen. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt anders denke, als in dem Moment, als wir dort gemeinsam kämpfen. Dann ist ja alles gut. Danke, Alfino, ja? Haben die wieder zu sich gefunden, die beiden? Es gibt da noch einen Ort, den ich gerne besuchen möchte. Könntest du mich begleiten? Natürlich, da gehen wir auch noch hin, diesmal. Vielleicht sollte ich mich zuerst umziehen. Ich sehe tatsächlich aus wie nach einem Kampf gegen ein Prima-E. Ja, sehen wir alle aus. Und dann hat sie Lumpen an. Die wir zur Observation an hatten, letztes Mal, okay. Aber heile, wir hatten ja kaputt an. Okay, nicht ganz. Eher wie Orion-G. Reisekleidung also. Die Landschaft hat sich gar nicht verändert. Irgendwie dachte ich, dass Dalamuts Bruchstücke auf magische Weise verschwinden würden, wenn Bahamut erst besiegt ist. Aber da war ich wohl zu naiv. Hm. Aber das Leben der Leute geht weiter, so drastisch sich die Welt auch wandeln. So schnell passen wir uns an. Lass uns noch etwas weiter gehen, ja? Alfino wird den Wadenhergang der siebten Katastrophe sicher geschickt verschleiern können. Was wir dort unten gesehen haben, darf nicht bekannt werden. Und das ist ihm ebenso klar wie mir. Und trotzdem. Wie Zeira guckt. Hä? Es ist dein Verdienst, dass Bahamut vernichtet ist. Und dass ich das niemandem sagen darf, ist wirklich ein Jammer. Hm. Egal, das bleibt unter uns. Vielleicht hast du recht, auch wenn es nicht in den Geschichtsbüchern steht. Wir kennen die Wahrheit und an der gibt es nichts zu rütteln. Ja. Ich werde dir immer dankbar sein. Du hast meinen Großvater aus den Klauen dieses Prima-Ihr gerissen und Eosea vor unsäglichem Leid bewahrt. Du bist eine wahre Heldin. Die Eosea wissen vielleicht nichts von ihrer Retterin, aber du weißt, dass sie nur wegen deiner Tapferkeit am Leben sind. Und ich hoffe, das ist dir genug des Dankes. Ja. Schärfer war das genau die Wahrheit. Wir standen nur daneben und sind ein paar Mal gestorben. Dann haben die Gegner nach rechts geguckt, zur Seite und haben eine Aura des Verderbens gespürt. Und dann waren sie schon tot. Dann kam der Beschwörer-Scherifer und hat alles weggesprengt. Hier fühlt es sich gut an. Was fühlt sich hier gut an? Für dich Großvater und für Nihil, für die Drachen von Merazidia und all diejenigen, die in der siebten Katastrophe ihr Leben verloren haben. Der Kampf gegen Bahamut ist vorbei. Wir haben große Opfer gebracht und zahllose, verzweifelte Gebete für gesprochen, Zerrer. Aber trotz allen Leids haben wir uns wieder aufgerichtet. Die Iosea und auch ich selbst. Und vielleicht du. Wenn all dies hier vorbei ist, werde ich für einige Zeit auf Reisen gehen. Nicht für Großvater, sondern diesmal, um herauszufinden, was für mich selbst das Bewahrenswerte an Iosea ist. Nun gut, in gewisser Weise ist es auch Großvatersvermächtnis, denn ich habe es ihm ja versprochen. Aber diesmal ist es mein eigener Weg. Meiner ganz allein. Irgendwann möchte ich mich bei dir revanchieren. Für all das, was du für mich getan hast. Du wirst doch auch weiterhin all denen helfen, die in Not sind, oder? Ich werde dasselbe tun. Ich will stärker werden und nicht hinter Alphenot zurückstehen. Und irgendwann eines Tages werde auch ich so für Eosea eintreten können, wie du es tust. Nicht nur mit gutem Willen, sondern auch mit eisernem Arm. Ich drücke dir die Daumen. Daumen hoch. Lass alle ein Like da. Auf YouTube. Nun dann, auf bald. Du bist eine echte Kriegerin des Lichts. Möge das Licht stets mit dir sein. Ich bin ja auch Kriegerin der Dunkelheit. Hm? Weiß keiner. Gut, ich bin ja schon hell. Vielleicht doch das... Ja, so... Endlich abgeschlossen. Jaaaaaa... Raid fertig. Was kämpfen die hier? Hör auf rum zu fuchteln. Das kann ins Auge gehen. Äh! Ich hab gesagt, kann ins Auge gehen. Nachher sticht sich noch einer in den Auge aus. Gut. Ähm, wir sind hier fertig. Juhu! Und das auch noch... Okay, ich bin wieder 20 Minuten überzogen. Oh Mann ey. Dann werde ich mal dahin zurückgehen, wo die Quest ist. Und ich werde mal für das nächste Mal rausfinden, wo die Allianz Quest startet. Und dann können wir das ja verknüpfen. Die Hauptgeschichte mit der Allianz Quest Reihe, weil da muss man bestimmt beim... Na, wie heißt es? Warten beim... Na? Also... Mein Gott, es ist heute wieder zu spät. Mir fehlen die Worte Blackout. Oh mein Gott. Nein, man muss in der Gruppensuche wahrscheinlich drin sein. Und in Mordona, ja, glaube ich auch wahrscheinlich. Hoffentlich. Oder wieder im Sonnenwind, so wie Bahamut auch. Naja, mal gucken. So, hier ist die Quest, die warten. Ich werde jetzt aber auch gleich ins Bettchen verschwinden. Sag zu allen... Gute Nacht, Gidafay. Gute Nacht dir. Cloud auch eine Gute Nacht, meine Ingame-Schwesterchen. Und danke an Sherifah, dass sie heute so gut geholfen hat, obwohl... Sie gesagt hat, wenn es schnell geht, und dann hat es doch sehr lange gedauert. Und dafür dann Kekse haben wollte. Die sie auch noch kriegt. Wie viele denn jetzt genau? Okay, gut. Dann sag ich... Lass ich einmal Liebe da für den Chat, für YouTube. Für alle. Heute. Und sage, gute Nacht. Schlaf gut. Um 21 Uhr. Ja, das war sehr lange überzogen heute. Ich hoffe, sie schläft gut. Und, ähm... Ihr werdet das auch alle tun. Deshalb... Einmal... Kurz noch Musik hören. Und dann bin ich auch ins Bett. Ich danke euch. Danke, danke. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü While our plight is repeated Still death to our cries Lost in hope we lie defeated